Hallo. 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 Oh mein Gott. Okay. 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 Erstmal stehen. Die Lara macht es noch besser. Uda Nudeln. Sag es noch mal. Deine Stimme. Du musst dich schonen. Was habe ich immer gesagt? Uda Nudeln. Oder so. Uda Nudeln. Oder war ich das? Du hast immer irgendwas anderes gesagt. Was habe ich denn immer gesagt? Senpai Arimashite. Wakarimashita Senpai. Jetzt gehen wir gut los auf jeden Fall. Okay. Das ist zu lang. Was heißt McDonalds auf Japanisch? McDonalds. Geil. Oh geil. Burger King? Burger King. So süß. Das ist wirklich süß. Ey, ich muss mir das echt mal in meine Soundding spaltern. So süß. Geil. Gefällt. Hallo. Ihr alle. Hallo. 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 Moment. Warte. Hi. 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 So. Show speaking user only. Dann können wir das hier doch direkt einmal. Ich brauche noch eine kleine Sekunde. Ich habe gerade schon wieder irgendwelche technischen Probleme. Ah, ich kenne das. Ich habe schon eine halbe Stunde mit euch gesprochen, aber ich war gemutet. Hi. Hi. Perfekt, ja. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich habe mal kurz eine Frage. Hallo. Ich habe mal kurz eine Frage. Seid ihr gerade alle erst seit einer Sekunde hier? Wir sind schon mega lange hier. Ja. Nee, ich war gerade eben hier. Ich war gerade eben hier. Das war niemand da und ich dachte so, auf welchen Discord sind wir? Ich schreibe in den Bonjour Chat in Twitch, auf welchen Discord sind wir? Ich frage Mantel auf WhatsApp, auf welchen Discord sind wir? Ich saß da schon seit kurz nach Mitternacht in meinem Zelt. Hier war niemand. Hier war einfach niemand. Ich habe so ein kleines Lager vorher gemacht, ich habe Marshmallow gegrillt, dann habe ich dann auf so einen Keks drauf gemacht, bisschen Schokolade drüber und habe auf alle Leute gewartet. So ein neuer iPhone-Release, ne? Genau. Simon, wir sind im Bonzer Discord. Da, wo wir immer sind. Okay, gut. Dann bin ich wenigstens jetzt nicht mehr allein. Habt ihr das Spiel schon alle gespielt? Nein. Ich habe es auch noch nie gespielt. Ich sehe gerade, es gibt eine Million siebentausend Rollen hier in dem Spiel. Ja, und? Die sind sehr ähnlich zu den Among Us Rollen, ja. Und man muss sich ein Ding machen. Man muss sich ein Account machen. Habe ich natürlich gemacht. Ich habe mich natürlich gut vorbereitet. Außer Discord, der war leer. Ihr müsst sich dessen mit Google verbinden. Das geht am schnellsten. Ja, das habe ich auch gemerkt. Habt ihr schon einen Code oder so? Boah, wie schnell seid ihr denn? Macht mal langsam. Gott, ey. Was? Können wir wieder gehen jetzt? In den Startlöchern. Komm, wir gehen jetzt Minecraft spielen. Bart, komm, bitte. Ich weiß nicht, ob das bei mir jemals funktionieren wird, Partsy. Ja. Weil du dich anscheinend, um online zu spielen, musst du dich einloggen können in dieses Re-Out-Modding. Und das geht nur mit einer bestimmten Art von Account. Und meiner kann das irgendwie nicht. Oh, boah. Ich gucke nachher mal. Ja, ansonsten. Geht um was komplett anderes. Geht um was komplett anderes. Ach ja, ja gut. Dann bespreche ich es am besten hier. Sagt der so, nachdem wir jede Woche einfach drei Stunden über Dark Souls reden. Ja gut, aber das ist ja für mich interessant. Deswegen ist es anders, weißt du? Ja. Hey, Dark Souls 3, ne? Dark Souls 3, mein Lieblingstitel. Ganz kurz, wie heißt nochmal dieses Discord-Overlay-Stream-Kit oder so, ne? Wenn du in dem Among Us-Channel oben auf die Stecknadel, auf die Pinnadel klickst, angepinnte Nachrichten, dann hast du da automatisch einen Link drin. Ah, stimmt ja. Ich hab so jetzt aber aktuell nochmal eine Among Us reingepackt. Danke, Vleski. Oh, Vleski. Egal, wir sind jetzt schon elf. Wir können also einfach direkt loslegen. Perfekt. Dalu meinte, er kommt nur dazu, wenn es nicht zu spät wird bei ihm, weil er hat gerade ein Placement und deswegen weiß er es auch nicht. Ja, der ist Pizza tatsächlich on Stream, ne? Abgehoben. Das ist das Blödsinn, das ist so geil. Würde ich nie machen. Nee, vor allem würdest du deine Pizze mal ordentlich schreiten, ne? Tatsächlich haben sie vorhin über dich geredet und wie du damals deine Pizza geschnitten hast. Damals. 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 Damals in 1980. Ey, ich hab mir heute ein Buch über Kräuter gekauft aus 1680, glaube ich. Was hast du gekauft? Was? Kräuter? Ein Buch über Kräuter. Was? Achso. Ein Buch über Kräuter. Ich dachte Kräuter. Ich wollte auch 1680er gekauft. Geil. 30.000 Euro. Nur das beste Weed. 1680er Weed. Der macht sich schon mal ein Lobby auf oder wie ist dir der Hase? Simon hat das beruhigte Mal. Ich kann mich nicht beruhigen, ich bin hier komplett rauf. Ich glaube, Simon ist eine Ente. Es ist Ente, ne? Eine Ente sind die Bösen. Und Simon hat das gute 1680er Kraut genommen. Oh Gott, hätte man vorher das Tutorial spielen sollen? Nee. Das Tutorial ist einfach, ich hab's gespielt. Und du machst, man lernt da nur, ich hab's gespielt. Doch, man lernt, man läuft und man macht ein Tutorial. Nee, eine Task. Oder so. Ja, ich hab auch das, ähm, das ganz Tutorial gespielt. Das war sehr... Ich hab das Spiel nicht so auswendig. Sehr nice. Ich würd sagen, wir starten erstmal low und holen vielleicht so ein paar Rollen dazu, aber jetzt nicht komplett übertreiben, oder? Mach einfach mal, Theo. Ich mach gar nichts. Ich warte das letztes Mal, ich mach gerade gar nichts. Ach so. Ja gut, okay, warte, ich mach. Großgame. Geil. Willst du den Code irgendwie verstecken, oder? Du hast unten links ein Button. So ein Auge, ja. Room Code, kannst du hide machen. Auge gemacht. Oh, nice. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, ein Stein. Classic Plus, ne? Ich glaub nicht, oder? Ich mach den, ich geb den, ich geb den. Was muss ich denn drücken? Play und dann, oder was? Ich kann dann, glaub ich, Join Game. Hä, was? Wo ist denn der Code? Join Game. Ja, ey. Warte mal, mach. Ganz ruhig. Und es gibt auch Voice-Modus, können wir auch mal testen später. Der ist die ganze Zeit an. Der ist die ganze Zeit an? Nee, du kannst Push-to-Talk einstellen, das macht Sinn. Oh, super, ich hab den Code direkt geleakt, das muss man tatsächlich ändern. Die Lobby nehmen wir. Also kannst, glaub ich, mit M kannst du dich muten, in-game, und dann mit M muten? Ich glaub schon, ja. Boah, das kann ich nicht. Kannst du auch einfach Push-to-Talk einstellen, ja genau. Ja, aber nee, ich würde lieber auf Sound und dann ganz runter scrollen und dann auf Push-to-Talk gehen, statt Voice-Activity. Wie wird gerade geschrieben, Birdwatcher ist verbuggt? Ja, der Birdwatcher ist verbuggt, genau. Was ist das? Das ist eine Rolle. Also alle Rollen, die wir reinnehmen, da müsst ihr, wenn ihr jetzt in die Lobby reingeht, vorher müsst ihr die Szene ändern und dann habt ihr oben einen Knopf, da steht Hide drauf und dann könnt ihr den Code schatten. Du kannst einfach aufs Auge klicken, wenn das durchgeschritten ist, dann sieht man den auch nicht im Kopf. So, okay. Das ist ein Furzen in dem Game. Oder so. Hab ich auch gelesen. Oh, das ist ein Game-It. Das ist ein Game-It. Boah, nee. Mute mal bitte. Ist der Code, der den Varian am 20.10. reingepostet hat? Ja, genau. Wahrscheinlich schon. Ja. Boah, wer ist denn das? So. So, langsam brennt das ja voll creepy. Oh nein. Okay, genug. Genau, jetzt. Film mir das noch nicht. Doch, nee. Irgendjemand. Bei Vlesk. Vlesk? Vlesk. Ich muss doch, ich push the talk ausmachen, sonst ist er heute doppelt. Nee, anmacht. Nee, einfach muten. Ja, ja. Eins, zwei. Einfach muten drücken, oder nicht? Das reicht doch. In den Einschwennen. Leute, ich bin ein Wehrwolf-Lord. Guck mal, warte mal. Yo, what the? Geil, ne? Und ich beschwör dich dann. Warte, ich will auch einen geilen Scan. Ich heiße Lord Wolfie. Ja. Ja. Wo kann man denn push the talk aktivieren? Oben rechts. Ja, und dann? Was denn? Ula hat doch schon wieder reingepayed. Äh. Hm. Ist das? Ja, ich hab direkt reingepayed. Direkt bei Sound, oder? Wie kommt denn ihr an die Skins? Was muss man denn drücken? Die ganze Zeit aktiviert. Was? Skins? Du kannst einfach enddrücken. Hört ihr euch eigentlich gerade schon ingame, oder? Hä, wie seid ihr ingame? Ich hab noch nicht mal den Code. Wie, du hast nicht den Code? Warum nicht? Warte, warte. Äh, Bazo, du musst einfach discord muten. Das funktioniert ja gar nicht. Ja, aber hör über Rost. Nee, nee, nee. Nicht discord muten, sondern einfach enddrücken im Spiel. Dann seid ihr im Spiel gemutet. Irgendwer hat auch das falsche Mikro, ja. Ja, das Windows, in Windows quasi, das Mikrofon auswählen nochmal. Nee, du kannst das ingame tatsächlich ändern, Franzi. Du, dein Ventilator ist wieder an, dein Föhn. Ah, und da gibt's noch Push-to-Talk. Ach nee, warte mal, die reden alle, die hören mich gar nicht, oder was? Ja, tun wir. Dann kann man das Mikro einstellen. Hört mich. Ja. Habe ich das richtige Mikro drin? Du einfach ganz mit Bonn. Ja, das ist jemanden hast du. Äh, oben rechts, Zahnrad und dann bei DeVice. Ah, jetzt hört ihr mich nochmal, ne? Sorry, ich hab mich doppelt nicht gemacht. Ja. Ey, warte, hört mich jemand? Super. Super. Ich bin Lord Wolfi und ich hab ein Werwolf-Haustier, schaut mal. Hört ihr eigentlich noch den Discord? Also, falls irgendjemand was komplett zu sagen hat. Ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin auf den Zaun heruntergestellt. Hä? Warte mal. La, 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 la. Dumm, ne? Hallo? So? Hallo? Also ist das Ziel, dass wir alle Gästen sind? Oder alle enden? Hallo? Es gibt verschiedene Moden. Hallo? Die Frisur. Einfach Matteo. Ist gut? Die Frisur, das finde ich schön, aber wie findest du immer färber? Einfach Matteo. Hallo? Bitte iss mir die Auflage. Kann man den Skin ändern irgendwo? Ja, aber kurz, es ist, äh, es ist, äh, es gibt's, musst du reinpacken. Ja, Martin, nimm mal eine andere Farbe, bitte. Ich, ich bin jetzt noch doppelt im Discord und, äh, hier. Ah, das ist schlau, warte mal, ich move, das ist auch schlau. Ich will auch reinpacken. Ich wurde gemoved. Ich wurde gemoved gerade. Okay, so, dann gehen wir mal hier rein. Ich raff ja gar nichts. Ich weiß nicht so richtig. Wie kann ich mich denn in den Juden im Jahr? Achso, äh, Blask, kannst du den Birdwatcher noch ausstellen? Wie kann man Skin ändern? Leute pupsen die ganze Zeit rum. Unten links, Matteo. Unten links. Unten links. Leave room. Hier, komm mal mit, komm mal mit. Mit F kannst du funken. Ah, hier. Ja. Und dann, wie drückt man da drauf? Ah, so. Äh, Timmit, kann ich da einen Skin haben, bitte? Weil das ist ja meiner. Der kostet leider, Matteo. Der kostet? Ach du meine Güte, wird das was? Warum gibt's einen Furzen in dem Spiel? Wenn wir jetzt alle nur am Furzen sind. Man muss mal F drücken. Ach, nee. Oh mein Gott, Timmit hat Matteo's Visur. Ja, das ist, ja. Ja, Timmit ist einfach Matteo Ingame. Das ist voll, Matteo. Mega verwirrend. Und ich muss sie dafür bezahlen, ja. Ey, das Furzen, kann man Leute bannen hier? Jetzt hab ich noch einen kleinen... Oh mein Gott, ich will das auch sagen. Äh, Timmit. Ja. Zähne umschalten, bitte. Farbe ändern. Ach so. Ja, kannst du. Nee, kannst du. Wo denn? An den Spinnen? Bin ich jetzt gemutet? Dann hast du da so einen Pinsel. An den Spinnen. Das ist nicht gerade süß genannt. Du nennst mich süß, richtig? Ja, es ist gut. So. Ja, funktioniert doch alles. Jetzt entspannt euch mal. Hallo, hört mich jemand? Bin ich jetzt gemutet, wenn ich Ingame nicht spreche, oder was? Hallo. Hallo. Timmit. Timmit. Was kostet denn sowas? Das sind echt... Timmit. Timmit? Bin nämlich dort Volt. Ja? Okay, gut. Wie macht man diese Aktionstaste? E, oder? Nee, der spinnt ist nicht... Doch, wir hören dich genug. Ja, jetzt aber. Wenn ich die anderen eingebe, nicht... Ja, du hörst dich auch an, als wäre die falsche Dings ausgewählt, ne? Falsche Mikrofon. Genau, aber wenn ich die anderen auswähle, dann hört ihr mich nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit mit euch geredet. Oh. So, ich glaube, ich habe ein paar Sachen eingestellt, aber ich weiß nicht. Du hast aber in dem, glaube ich, auch das falsche Mikrofon an, Geno. Also du hast da irgendwie das falsche Mikrofon an. Ja, das weiß ich, glaube ich. Geno, du kannst bei... Ich weiß nicht, was schon gesagt wurde. Du kannst bei Sounds, kannst du noch weiter runterscrollen, tatsächlich. Das mache ich ja, aber das Problem ist, dort ist mein Mikro, mit dem ich spreche, nicht aufgelistet. So. Ich habe noch mal 30, was soll ich verkaufen? Du hast nicht die Option, ein Standard-Mikro zu nehmen? Aushängen das noch. Irgendwie? Hab ich aber auch. Oder dass da irgendwo steht Standard-Mikro oder so. Kann man seine Farbe selber ändern, ne? Ja. Du kannst deine Farbe... Ja, kann man. Ja, Matteo, jetzt geh doch endlich hier unten an diesen Kack-Schrank. Ich stehe doch dran! Ja, dann klick auf den komischen Pinsel neben deiner Ente. Geht nicht. Pinsel? Ah, geil. Kann ich... Ah, der pinke Imposter ist wieder da. Kann ich grün sein? Wer ist denn grün gerade? Warte mal auf, mit grün zu... Ja, aber es gibt doch dieses andere grün, dieses... Orange ist sogar... Orange ist sogar... Oh, es gibt ein Wikinger-Skin. Oha, den muss ich ja kaufen. Oha, den muss ich ja kaufen. Den muss ich ja kaufen. Ah, ne, warte mal, ich habe einen grünen gefunden. Ihr müsst nicht tauschen. Okay, ich brauche noch irgendein Wikinger-Outfit. Ja, ja, grünen, hab grünen. Wo ist der Umsatz hier von den Städel von Simon? Äh, ich will noch mehr Pain! Warte! Ich will so rein Pain, aber wo ist das Wikinger-Outfit? Wo ist das Wikinger-Outfit? Wo ist das Wikinger-Outfit? Nein, oder was? Ich bin ein Zombie-Wikinger. Ich bin ein Zombie-Wikinger. Leute, ich bin ein Unterrichter-Zombie-Wikinger. Was sagt ihr dazu? Ich gucke, ich gucke. Mäntl, bitte gib mir mein Grün, bitte dieses Mompen. Das ist so... Ja, Mann, ey, ja, dann gebe ich dir dein Grün. Ein Kotzgrün. Was musst du denn drücken am Schrank, damit man reinkommt? Ja, manchmal... Das dauert ein bisschen, glaube ich. Einmal draufdrücken. Achso, okay, okay. Ich bin jetzt der grüne, Kotzgrüne-Zombie-Wikinger. Jawoll! Jawoll! Äh, Olaf? Äh, dann mache ich schwarz. Ja, ich heiße gescheitene Zahne, ne? Aber gibt es keine Items, die free sind? Gar kein einziges? Doch, du musst halt einfach nur spielen. Ein, zwei Runden. Dann hast du ein bisschen... Nee, ich meine am Anfang, jetzt gar nichts. Gibt's denn Bart? Nee, nee, nee. Okay, kass. Ey, kein Ding, Mann. Das Game-Train. Danke für die Bits, Bart. Danke für die Bits, Mann. Mando, es ist halt einfach eine andere Taste in Game. Warte, was? Oh, das sieht auch nicht schön aus. Wie kann man denn... Muss man neu starten? Warte, muss man das Game restarten für die Käufer? Ja. Ich glaub, wir müssen einmal... Das ist das Werwolf-Outfit, deswegen... Habt ihr jetzt hier... Habt ihr echt Geld jetzt ausgegeben, oder was? Nee. Ich hab voll... Nein. Das ist ja komplett crazy. Ach, Quatsch. Das wär ja grau. Ich bin der Vickinger. Let's go. Aber ich hab... Alles, außer wenn ich aussehe wie Matteo. Mann, das nervt mich voll. Oha. Matteo, du bist schmerz. Warum hast du dann keine Hose an? Ja, weil... Was soll ich sonst nehmen? Aber ich seh aus wie Divi dann ein bisschen. Oh. Das ist vielleicht von Vorteil. Oder wenn man sich guckt... Ist das jetzt so schlimm? Ja, nee. Jetzt sind alle ready dritten, ne? Weil wir uns verwechseln. Wir müssen erst mal drüber reden, was für Rollen es gibt und sowas. Ist denn die Stimme... Lass es mal festen. Lass es mal festen. Du hörst dich so ein bisschen hallig an, aber... Ich hab alle Rollen angemacht. Einfach rein und dann... Wo wechselt man die Farbe? Äh, nee, 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 nee. Der Pinsel neben deiner Ente. Der Birdwatcher ist aus. Ja, der ist aus. Ja, okay. Gut, gut, gut. Also alle aus dem Birdwatcher... Man kann allein mit der Maus spielen, wenn man mit der... Ja. Das ist auch besser mit dem Push-to-Talk, wenn du mit der Maus gehst. Aber ich will jetzt eigentlich nur mal restarten für meine Käufe. Nächste Runde, oder? Wenn du rausfliegst. Nein, sollst du nicht sein? Ich bin jetzt das. Okay, okay. Ich mach jetzt auch die Farbe jetzt. Okay, ich drück... Ich drück auch mal ready. Lara und Bart müssen auch ready im Mixter. Und Basu. Nee, nee, das passt schon. Wie du willst. Aber Lara, es gibt auch Orange, ne? Ja, dann nehme ich Orange, dann ist Grün. Okay, nice. Das ist geil, danke dir. Geil. Guck mal. Ist Basu da? Basu? Das ist Randy zumindest, ja. Bei mir ist Basu. Sag mal kurz, was für Rollen es gibt. Sag mal kurz, was für Rollen es gibt. Ist doch egal. Wir filmen alles raus, Matteo. Okay, pass auf. Matteo, du kannst aber auch während des Games auf das Fragezeichen rechts klicken. Da sind alle Rollen aufgezeichnet. Matteo, ich erkläre dir kurz die Rollen, okay? Ja, ja, ja. Es gibt den Dodo Bird, Virtual Pigeon, Falcon, Gravy Goose, Snoop Goose, Vigilante Goose, Medium Goose, Canadian Goose, Shelf Goose, Mimic Goose, Detective Goose, Cannibal Duck, Silencer Duck, Spy Duck, Professional Duck, Assistant Duck, Lover Duck, and or Geese, Hitman Duck, Bodyguard Geese, Morphling Duck. Ja gut, ist ja easy, dann lass loslegen. Direkt los. Easy. Die beiden sind ja nicht ready. Also ich bin auch immer ein Wikinger. Ich bin ein Wikinger. Wie viele Imposter gibt es? Gibt es irgendeine Imposter? Wer kann ihn töten? Die Enten. Es gibt zwei Enten und eine neutrale Rolle, glaube ich. Lara, drück bereit. Lara, drück bereit. Achso, wo denn? Ach da. Perfekt. Lass einfach starten, wir lernen es einfach. Ja, wir lernen es einfach. Okay, let's go. Okay, let's go. So, ich habe mich jetzt mal gemutet, ich glaube, die hören mich nicht. Ich werde jetzt nicht viel rumlabern, sondern ich werde jetzt mal versuchen, das Spiel zu lernen, wie das überhaupt funktioniert. Scheinbar, ne? Was bin ich? Hä, woher weiß ich, was ich bin? Was bin ich? Dude, hier ist Lara. Lara? Ich habe Angst. Ja. Ich habe auch Angst. Bist du Mörder? Bist du Mörder? Ne, ich bin kein Mörder. Wer ist denn überhaupt Mörder? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was für eine Rolle ich bin, weil ich sehe es, ich kann nicht töten. Das konntest du eben sehen. Doch, warte. Links siehst du dieses... Kannst du mich töten? Du lügst. Ich kann dich nicht töten, habe ich gesagt. Und da steht auf jeden Fall der Titel drunter. Okay, dann bin ich... Grüne, der Detektor. Da steht kein Mörder, steht hier. Ja, dann lass noch ein bisschen arbeiten. Ich muss hier putzen, glaube ich. Komm. Okay. Gibt es eine Map? Ja, es gibt eine Map. Ich habe mich gerade erschreckt. Holy fuck. Okay, ich habe viele Infos. Du Vlesk und der Mörder ist Vlesk zusammen mit... War es Divi? Ne, also deine Info ist falsch. Ich habe am Anfang einfach gesagt, ich bin Cannibal Duck und bin Divi hinterher gelaufen. Und dann hat Divi in Smash & Egg reingestochen. Das Problem ist, ich bin nicht Cannibal Duck. Das Problem ist, ich bin Vigilante und ich wollte dich töten. Was ist was? Ich habe gar nichts. Was, was? Also, Cannibalente ist ein Imposter, der Leichen aufessen kann. Eine Leiche, glaube ich, einmal. Vigilante? Was bist du? Was ist jetzt passiert? Ich bin... Ich bin gar nichts davon. Ne, der hat immer noch ausgelassen. Also, Divi. Ihr worftet übrigens... Nein! Ich bin Vigilante. Das ist... Das ist so was wie ein Sheriff, nur... Das ist mal ein bisschen schnell, ne? Ja. Okay. Also... Also, erklär mal. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ihr habt ein bisschen schnell gevotet, glaube ich. Jetzt callt doch nicht wollen. Ich weiß nicht, weil ich noch alle gevotet habe. Aber ich hatte Panik, ey. Du skippst. Gott. Ein verwirrt. An. Muss ich warten? Ja, du skippst. Ich hab ja nicht alle gevotet. Die sind so schnell grad. Ich hab noch gar nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Tatsächlich. Achso. Oh ey. So. Oha. Es wird zwei Votes? Nein, nein, nein. Divi hat drei Votes. Die meisten haben geskippt, aber... Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr so Diskussionszeit oder nicht? Ich brauche nicht mal die Rollen. Scheiße, ich bin mit Mörder Divi hier. Nein. Ich tu dir nichts. Versprochen. Du bist Sheriff. Ja, es gibt eine Rolle des Vigilantes. Die kann einmal töten, aber hat dafür keine Konsequenzen. Das ist sowas wie ein Sheriff. Das heißt, ich kann auch jemanden Guten töten. Ja, aber... Also das heißt, du kannst jetzt nicht mehr töten, weil du hast schon getötet. Genau. Und wen hast du getötet? Franzi. Hallo? Ich habe aus Versehen Franzi getötet. High genug. Ich habe gerade Divi... Ich verhöre gerade Divi und ich habe herausgefunden, dass sie Franzi umgebracht hat. Ich habe es auch gehört. Ja. Aber ich bin trotzdem gut. Also wenn ich Imposter wäre, würde ich ja sehen, dass Vlesk halt mein Kollege ist. Der hat ja gesagt, er hat einfach gesagt, er ist Kannibale. Aber ich... Was hat denn Vlesk gemacht, dass er Kannibale ist? Hat er eine Leiche gegessen oder was? Äh, nee. Der ist mir hinterher gerannt und ich dachte halt, ich töte ihn. Ah! Aha! Auf frischer Tat er tapft. Aber dann habe ich Franzi erwischt. Hallo. Okay, viel Spaß. Ich raff auch nichts. Oder was? Lass mal mal das Kopf ins Klo reinhauen. Okay. Okay. Warte. Nicht so weit pücken. Oh, sorry. Ah, wunderschön. Ich geh mal weg. So, was machen wir hier? Gnadel? Fragezeichen. Gnadel? Ja, ich bin ne nackte Guus, ja. Hallo Mental. Hallo. Äh... Fragmental. Danke. Ähm... Was bedeutet das? Was sollst du Fragezeichen? Der Killer kann... Auto-reported... in die Leiche. Was? Aha, wie viel... Verstehe ich nicht. Ich raff hier gar nichts. Nix. Okay. Ach, Fragezeichen kann man lesen. Warte mal, okay. Ich lese jetzt auch mal erstmal. Was bist du denn, Mäntel? Äh, ich bin nix. Also so weiß. Was ist das? Also... Okay. Ich geh weg. Oh scheiße, Blask ist hier. Oh. Ich hab hier noch ne Aufgabe. Schaute. In den Flur. Ah! Da hat jemand geschrien. Da hat jemand geschrien. Jemand hat geschrien grade. Ich bin irgendwie ganz erschrafft. Wo ist denn Blaskin? Der war doch grad noch hier, oder? Der Teppich, den... Was? Brennt hier irgendwo. Simon, komm mit. Da brennt's. Ich wollte ganz kurz den Teppich sauer machen. Okay. Da brennt's. Da brennt's. Warte, wo müssen wir hin? Kann ich das hier einklappen? Ja. Ich raff gar nix. Hab ich hier Task? Wo ist meine Map? Hier. Ich mach jetzt mal ne Task. Extinguish Fire. Es brennt hier irgendwo. So. Ich putz so lange aber erst mal. Okay. Bist du dir sicher, dass du das putzen willst? Ja, oder? Ich muss... Hast du mich getötet? Das sieht aber... Nein. Ich hab keine Angst. Ich hab Angst. Nein, du kannst dich doch nicht mehr töten. Weil du hast doch schon einen Kill gemacht, oder? Ah, Moment. Ich hab... Wer hat mich gegessen? Wer hat mich geg... Na, wie geht's dir? Oh. Ähm. Ja, ich wollte... Gerade Linda die Geschichte weitererzählen von der Babygunz. Ähm. Ja. Hätte ein cooles Ende gehabt. Ich glaub, die war alles so gut, die Geschichte, oder? Doch, doch. Die war super. Die hat perfekt sich auch in die... in das Spielgeschehen, ähm, reingefunden. Aber... Ich muss nochmal die Map leeren. Aber... Warum hör ich denn jetzt Bart die ganze Zeit? Ja. Ach, Bart ist tot. Ah, man hört die Toten. Ich würd mir auf jeden Fall Gedanken machen, wenn die Person, der ich eine Geschichte erzählte, mich töten würde. Hupp. Ich hätt sie auch töten können. Ich hatte das ja sogar vor am Ende. Aber ich hab's nicht getan. Warum kann ich... Ah, ja. Woll ich machen? Ich dachte, das ist nicht korrekt. Weißt du, wenn Leute Geschichten erzählen, dann... Ja, eigentlich ist man ja dann so... Netz zueinander. Ja. Ja. War schon frech. Ja. War zumindest der Plan. Aber... Naja. Schade. So, wir lesen mal die... Wir lesen mal die Rollen. Also, Duck. Das sind die normalen Imposter, die einfach töten können. Den Chat. Den... Proximity Chat. Ja. Warte mal. What? Okay. Die Leute sind tot, bitte. Holy shit. Oh, Divi war's doch nicht. Vielleicht du hast es aber die ganze Zeit auf Divi geschoben. Ja, aber Divi hat zu mir gesagt, sie ist Vigilante. Ähm, aber das macht ja gar keinen Sinn, weil die hätte ja zwei Leute umgebracht. Und als Vigilante kannst du glaube ich nur... Vor allen Dingen... Vor allen Dingen hat's gerade... Wie viele Killer kannst du den geben. Ja, ich hab ne Frage ganz kurz... Ganz kurz, kann es Rollen mehrfach geben? Nein. Ja, dann... Nee, glaube ich nicht. Warte mal ganz kurz, pass mal. Ich hab ne Frage. Ähm, also Divi hat dir gesagt, sie ist Vigilante. Und Lara Loft hat eben auch gesagt, sie ist Vigilante. Das hab ich gar nicht gesagt. Das hab ich nicht gesagt. Das hab ich nicht gesagt. Wer hat das denn gesagt? Divi? Ich war das nicht. Ach, dann war's Divi, hab ich eure Stimmen verwechselt. Okay. Ja, weil... Weil ich bin tatsächlich der Vigilante, das hab ich Simon auch gesagt. Und ich hab Divi erschossen. Das ist wirklich so. Passiv hat die wirklich erschossen. Ja. Aber ich hab Divi zweimal töten sehen tatsächlich. Zweimal. Dann muss sie ja im Poster gewesen sein. Divi hat auch getötet, das hab ich auch gesehen in der ersten Runde. Ja, aber warum ist sie tot? Also Timmy ist der andere übrigens. Weil ich sie getötet hab. Ich war Vigilante. Da hab ich jetzt Fazit gebaut. Ich hab Fazit gebaut. Ich hab Fazit gebaut. Ich bin Celatine. Was meinst du Lara? Ja, der Vigilante ist quasi wie ein Sheriff. Der kann einmal töten. Der ist aber auf der Seite der... Der Guus ist. Ohohoho. Wie knapp. Genau. Vigilante kann quasi einmal, egal wen töten, und es passiert ihm gar nichts. Ist ja einfach Passiver geworden, das find ich frech. So, okay. Ich lerne jetzt erstmal das Game. Einfach Proximity Chat. Proximity Chat war damals schon übel nice. Aber ich muss sagen... So. Duck. Assassin Duck. Twice per game. Killed during meetings. By correctly guessing. A roll or die trying. Okay, das ist... Das ist wie der... Ich mute die mal ganz kurz. Das ist der... Einfach cooler, weil du ein bisschen mehr zu tun hast. Ich kann den nicht muten. Du kannst halt zwischendrin... Also wir finden jetzt das Game natürlich erst neu raus. Ich kann nicht den muten. Aber generell einfach die Möglichkeit zu haben, auch während der Runde zu interagieren und dann nicht so viel Wert drauf zu legen, so... Wer hat welche Tasks gefailt und ich call jetzt meine Rolle, du callst deine Rolle, sondern halt wirklich... Wirklich ein bisschen so auch zu roleplayen oder zu quatschen ist halt einfach cooler. B? P? P? Cannibal Duck. Ah, P. Danke, Chat. Da steht's auch übrigens. Ich kann noch nicht lesen. So, also. Es gibt Duck. Das ist ein ganz normaler Imposter. Dann gibt's Assassin Duck. Das ist, glaube ich, wie der Evil Guesser, soweit ich weiß. Dann gibt's Cannibal Duck. Can eat one corpse per game. Also wie der Cleaner sozusagen. Aber nur einmal im Spiel. Dann gibt's Silencer Duck. Can mute a player... Ich dachte, das wär ne Task. Ich dachte, das wär ne Task. Ich dachte, das wär ne Task. Cool. Also ich glaub, es ist Blesk. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was meine Rolle macht. Es ist immer Blesk. Es ist immer Blesk. Es ist immer Blesk. Nun, du bist jetzt... Jetzt haben wir schon so lange nicht mehr zusammen gespielt. Jetzt kommst du mir so. Ey, Gno, ich sag das auch mal. Ja, wir haben ja auch letztens bei Kongstar verloren. Ich muss es jetzt an jemand rauslassen, Mann. Was passiert? Ja, ich hab noch nie FIFA gespielt. Was soll ich machen? Gehör mir einmal zu. Ich hab ein paar Infos, die vielleicht interessant sein könnten für unser weiteres Zusammenspiel. Ja. Parzival ist auf jeden Fall Vigilante. Er hat mich die ganze Runde begleitet. Hat mir gesagt, dass er Vigilante ist. Ich hab dann gelesen, was er kann und so. Und er kann halt jemanden auf jemanden erschießen. Ich hab ihm dann gesagt, bitte schieß auf Divi. Weil ich hab in der ersten Runde gesehen, dass Blesk und Divi mir hinterher gelaufen sind. Und Divi hat jemanden umgebracht. Und Parzival hat dann auf Divi geschossen. Und deswegen ist Divi tot. Ah, ich glaube, es gibt eine Rolle, die kann Leute silencen, oder? War das so, dass Gnu disconnected? Ich weiß es nicht. Weiß sie nicht. Ich skip hier. Also Parzival auf jeden Fall safe. Ja, den Button wollte ich halt nicht drücken. Ich hab auch geskippt. Ja. Gnu! Ich dachte, das wäre halt meine Rolle. Ah, das war meine Rolle. Medium Goose. Knows how many ghosts there are. Es gibt eine Rolle, die kann andere Leute muten im Meeting. So, soweit ich will. Das war übel schräg. Gnu muten. Du weißt mir zu viel, glaube ich. Du weißt mir zu viel, glaube ich. Du weißt mir zu viel, glaube ich. Du weißt mir zu viel. Du weißt mir zu viel, glaube ich. Du weißt mir zu viel, glaube ich. Es geht auch um einen normalen Sheriff. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt. Klar. Das ist Baso. Baso hört sich so anders an gerade, oder? Oh, das verstehe ich auch, warum Linda die ganze Zeit Quark sagt. So, ich hab mal gemutet. So, ich guck mir mal die Tasks an. Erstmal die Rollen. Das ist wichtig, dass ich die Rollen checke. So, dann Bodyguard Goose. Can they gain a bonus by protecting a specific player until the end of the game? Okay, das heißt, man passt dann auf eine Person auf. Detective Goose. Once per game it can investigate someone to see if they have killed yet. Ah, sowas wie bei Werwölfen, wo man sich die Rolle ansehen kann. Beziehungsweise, ob die Person getötet hat. Dann Sheriff Goose. Kennen wir ja schon. Dann Canadian Goose. Their killer will auto-report the body. Also im Prinzip wie Bait. Dann Medium Goose. Das war ich. Ich sehe da, wie viele Geister es gibt. Technician Goose can detect the approximate location of a sabotage. Sabotage. Okay. Vigilante Goose can kill one player without consequences. Also kann einfach irgendjemanden killen und es passiert nichts. Also kann auch gute erschießen und so böse. Sheriff ist aber besonders, weil unschuldige Gans auch stirbt mit dem Sheriff zusammen. Ah. Okay. Okay, okay. Ich verstehe. Das heißt, es sterben dann beide. Meine Kult. Was? Wir machen Double K, Timmit. Ich hab gedacht, das war der Kult. Hä? Sehr gut. Das ist grad passiert. Ich war nur Mimik. Ich war der Geier. Und wenn ich dreimal eine Leihaufwässer habe ich gewonnen. Was? Oh. Vaso dachte ich bin der Imposter-Mate, aber ich war nur dieser Mimik-Typ. Der so aussah wie ein Imposter. Ach so. Gehen wir einmal ganz kurz neu starten. Das Spiel war zu Ende, weil Vlasg drei Leichen gegessen hat als Geier und dann hat die Crew gewonnen. Genau. Weil er zur Crew gehört. Ja. Ich glaub er ist neutral oder? Ist ne eigene Rolle. Ich glaub er ist neutral. War nicht grad so, dass die Crew gewonnen hat? Also dass wir ihn grad gewonnen haben? Ne. Ne, ich die neutrale Rolle hat gewonnen. Das war ich. Ah ok. Die Basi hat halt Bombe getötet. Wir reden alle gleichzeitig. Ich versteh nix. Wisst ihr was mit Gnu ist? Nö, ich fand das gut. Linda wird nie ausfahren. Ich bin ja noch gemutet, Leute. Ich bin echt zu blöd für alle. Ich raff gar nix. Ja ich auch nicht. Wie viele Imposter? Kann man nicht erst mal den kannst du denn geben? Zwei. Zwei. Ich kann mal ein paar ausstellen. Und wer waren da die beiden? Ich glaub Baso war böse. Wer waren jetzt die Imposter? Baso auf jeden Fall. Divi, aber Timmit wurde bei uns auch als böse angezeigt, aber das war nur so ne Fake-Rolle. Genau, er war Spy. Das war so ein Spy oder so, genau. Aha. Was mit Gnu kommt jetzt? Und sowas gibt's halt hier auch. Genauso wie bei Among Us halt die Rollen. Komm Gnu wieder rein? Ihr könnt einfach auf diese Schreibmaschine... Ja, die will ihr Mikrofon fixen, hat sie im Discord geschrieben. Ah ok. Ok. Ok, krass. Also es ist glaube ich echt am Anfang noch ein bisschen schwer mit den ganzen Rollen. Ich hab nicht mal gecheckt, was ich für eine Rolle hab. Aber es ist schon ähnlich wie Among Us von den Rollen. Nur zum Beispiel Sheriff, wenn du auf einen falschen schießt, dann steht und dann sterben beide, hab ich gelesen. Was ist denn dieses Vigilante, was ich war? Also ich hab Divi getötet. Du bist quasi Sheriff. Aber warum gibt's nochmal extra Sheriff? Was ist der Unterschied? Der Vigilante ist so, dass du halt einmal töten kannst, aber auch einen guten und du stirbst nicht dabei. Also du hast keine Konsequenzen, wenn du jemanden killst. Du kannst nur ein einziges Mal killen. Du spielst aber für die Crew. Genau. Genau. Der Vigilante also noch viel besser als der Sheriff. Ja, aber du kannst nur ein Mal töten. Nicht öfter, ne? Ja, aber besser als der Sheriff. Genau. Ja. Wie geil sieht denn Parzi aus? Einfach Lichtschalter einfach. Easy. Ja, dann gibt's halt noch so, ich war Medium, da kann ich sehen wie viele Geister es gibt. Dann, was gibt's noch? Es gibt sowas wie ein Bait. Äh. Das ist glaube ich sowas wie der Jackal, ne? Der kann einfach... Ne. Der isst... Das war das gerade, was du hattest, ne? Der isst Leichen. Und gewinnt dann. Genau. Äh. Pigeon. Äh. Ist wie Athenist. Zündet Leute an, gewinnt dann die Runde. Ah, okay. Snoop Goose, you can also hide. So, ich bin jetzt Sherlock. Welche Zahl? Die Zahl an der Tafel. Dieses 6, 8, 5, 9. Fisch der Raumcode um. Das ist der Lobbycode, ja. Den musst du eigentlich überdecken. Nee. Ist aber auf Heightrücken. Oh, Matteo. Ah. Das ist wie viele Enten schon gestorben sind insgesamt in dem Spiel. Oh, okay. Oder keine Ahnung. Okay, ich hab jetzt an, die drei neutralen Rollen. Also Jester, dann diesen, der Leichen aufisst. Und sowas wie ein Arsonist, wo man alle Spieler quasi, äh, infizieren muss. Genau. Bei den Crewmate-Rollen hab ich Snoop Goose an, der kann sich irgendwo verstecken. Nee, warte kurz. Snoop Goose ist die Rolle, die sich, so eine Crewmate-Rolle, die sich irgendwo verstecken kann anscheinend. Hinter Bücherregalen oder so, keine Ahnung. In Schränken oder sowas. Da kannst du durch die Wand gucken. Und ein Sheriff, der kann Enden umbringen. Aber wenn er eine Gans erwischt, dann sterben beide. Aber ich glaube, wenn wir drei neutralen Rollen drin haben, ist es nicht so, dass die Diskussionsrunden dann total so, wie in der Auslösung. Nein, ich hab drei neutrale Rollen an, aber nur eine ist im Spiel. Also eine von den dreien. Alles klar. Und dann bei den Enden hab ich, äh, Kannibale an, der kann Leichen aufessen, ähm, ist wieder cleaner quasi. Silencer Duck ist der Evil Gaster, ne, der, der muted Leute, äh, und Assassin Duck ist der Evil Gaster quasi. Morfling Duck, Morfling. Let's go. Mhm. Oh, Lara hat einen Hexen-Wut. Äh. Ist Gnu schon wieder drin, ne, ne? Sollen wir eine Runde ohne Gnu machen, oder was? Oder weiß jemand? Was ist jetzt denn das? Gnu will ihr Mikrofon fixen. Ja, dann lass kurz eine Runde. Ja, lass doch schnell eine Runde so machen. Ja, übrigens. Sherlock, hey. Sherlock Goose ermittelt jetzt. Falls irgendwelche Spieler bei euch zu leise sind, ihr könnt die einzelnen lauter stellen. Mhm. Echt? Oh, mein Sound am besten ganz runter drehen. Einfach Escape und dann Players. Oh, bei Player, Escape, Escape. Ey Bart, tut mir voll leid, dass ich dich nach der Geschichte umgebracht hab, by the way. Ne, du, ist kein Problem, ich wollte dich auch erschießen, hab's dann aber gelassen. Abbasen mal lauter. Abbasen mal lauter. Abbasen mal. Abbasen mal voll schön. Abbasen mal komplett auf null. Okay. Die Geschichte hätte damit geendet, dass die Baby ganz runterläuft und sieht, wie ihre Eltern am Model werden von einer Ente und auf ewig Haare-Shirt. Das wär's. Das ist auch was von den Wikinger. Ja. Und dann wollte ich schießen, weil ich sagen wollte, ha, ich bin die Ente. Und das wär sogar richtig gewesen. Ach ja, wär's. Ich fand's gemein, ich hab mit Luna gesprochen und dann auf einmal hat Divi einfach Luna abgesch... Ja, Divi hat mich auch richtig verarscht. Wir sind ja auch schrallend weggerannt, also wir wussten, dass einer von uns beiden in dem Moment sterben wird, glaub ich. Ja, ich bin gespawnt und hab nicht daran gedacht, dass es Proximity an ist, haben einfach Divi meine Rolle erzählt am Anfang so. Du hast ja noch so'n X vor deinem Namen. Leute, wusstet ihr eigentlich, dass man auch Drops zu das Spiel aktivieren kann? Wow, yeah. Wow. Fuck. Wollen wir warten oder warten wir jetzt noch? Äh, ich würd sagen, wir machen eine schnelle Runde. Okay, let's go. 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 Okay, ab geht's, auf geht's und los geht's! Wir müssen alle anschnallen. Ist so krass, Basu hört sich viel... Oh mein Gott, ich bin Mörder! Okay, ich muss erst mal lernen, wie man die Tasks hier macht. Oh, ich hab Angst. Ich kann hier putzen. Boah, das Haus ist auch voll groß einfach, ne? Das Gewatschel ist auch heftig. So. Bup. Äh, was? Ente, 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 Ente. Ey, was muss ich drücken? Ich kann mich hier verstecken. Äh, was ist das denn hier? Was ist das hier? Und das killen oder was? Okay. Darf ich nicht mal vor Türen sind? Ah! Okay. Pass auf. Unge, Franzi und Tivi laufen zusammen rum. Da passiert vielleicht gleich was. Du läufst rechts rum, ich links. Okay. Bup. Enten, 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 Bote. Äh? Da noch, oder? Hallo. Ah ja, gut. Ich dachte, Franzi und Tivi haben Simon vielleicht. Nein. Nein. Ich muss hier sauber machen. Nein. Nein. Hey, schicke Frisur. Denk dran, sie hören dich. Ah! Ja, ja, ja. Unbart! Ich habe Lara gefunden und ich habe keine Ahnung, irgendwo draußen glaube ich. Warte, wo draußen? Rechts da im Garten? Ich glaube so unten links irgendwo. Vielleicht. Oh, okay. Könnte sein. Okay. Vielleicht auch. Also wir waren gerade relativ alle zusammen. Tatsächlich. Also ich habe ein bisschen mehr Zeit angestellt jetzt. Wir können jetzt schön entspannen. Ich finde dieses Piepsen von der Zeit, das macht Druck. Ja, das ist wirklich sauer. Kann man das ausschalten? Voten bitte, schnell! Ja, wir können nicht einfach voten, Matteo, dann ist es auch raus. Genau. Äh, Ente, 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 Ente. Matteo. Ja. Ich. Redet Matteo überhaupt? Ja, ne? Ich rede, hallo, hallo. Hallo. Ja, hallo, Matteo. Hört ihr Matteo? Ja, ja, ich höre Matteo. Ne, also ich höre Matteo nicht. Ey, jetzt hat er auf zu treuen jetzt. Hat er jetzt schon was gesagt, oder wie? Achso. Ne, ich glaube nicht. Matteo. Ich will die ganze Zeit Tippel drehen, aber ich denke die ganze Zeit... Hä, bin ich gemutet? Matteo, Mann, er hört auf mich zu treuen jetzt! Dieses Silencer-Duck, oder? Ach, ich bin gesilenced! Nein, nein! Nein! Ich bin gesilenced, oder was? Der glaubt das wirklich? Die hören mich nicht, Chat, die können mich nicht hören, weil ich gesilenced bin. Okay, jetzt rollt man. Mein lieber Matteo, du wirst rausgewortet. Warum soll ich rausgewortet werden? Ich bin mit Vlesk oben langgelaufen. Da würde ich alle gewortet haben. Warum? Ach! Ich glaube, Matteo ist wirklich nicht. Der ist ja wirklich die ganze Zeit damit gelaufen. Ich habe aber zwei Worts. Ich habe zwei Worts. Du wirst einen Witz, denn schon zehn Leute vor die Siege gegen Gänse. Bist du Jester? Gibt's sowas hier? Äh. Äh, ja, ja. Oh. Oh mein Gott. Matteo? Ja? Hast du das richtige Mikro drin, oder sagst du gerade nichts? Ich sag gerade nichts. Warte, Franzi, jetzt auf mich zu verarschen. So, wo kann man hier... Ich muss irgendwas putzen hier. Ihr das denken. Putz mal den Herd her. Was machst du? Hast du keine Task, oder was? Nee. Warum nicht? Hast du keine... Ah! Es ist Franzi! Es ist Franzi! Es ist Franzi! Es ist Franzi! Hallo. Was? Nein, ich bin's nicht. Ich renne weg. Ich kann auch zwei Leute töten. Wen soll ich zuerst töten? Oh mein Gott. Matteo. Nein, nein, nein. Simon, Simon, please. Simon! Nein, ich bin nur der Sheriff. Ich kann dich nicht töten. Aber ich schieße jetzt trotzdem auf dich. Dann schieße auf Franzi, bitte ganz kurz. Nein, nein, nein. Schieße auf Matteo. Franzi, bist du lieb oder bist du böse? Ja, ich bin lieb. Was bist du? Äh, Detective. Nein, ist sie nicht! Ich renne weg. Ich renne weg. Geht mal einfach weg, ihr beide. Geht doch einfach weg. 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 Ja, schieß. Wir sterben aber beide. Schieß nicht. Peng, 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 peng. Kilkwag, Kilkwag. Ah! Ah! Was? Moment mal. Das muss ja irgendwo oben sein, oder? Ich frag das nicht. Hä? Warte, 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 warte. Ich hab reportet. Ich hab Vlesk neben Parzival gefunden und bin vorher mit Vlesk rumgelaufen. Der hat nämlich Parzival gesucht, weil er den erschießen wollte. Oh mein Gott. Ich hab so Stress. Und dann sind beide gestorben, weil es Parzival nicht war. Das kann sein. Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Und Matteo hat die ganze Angst vor Divi, ne? Ja, ne. Ne, ne, Frau Franzi. Dann bin ich weggeraten. Dann bin ich weggeraten. Matteo und Franzi sind raus für den Kill, weil die sind mir die ganze Zeit rumgelaufen. Aber Basos sind auch raus für den Kill. Ja, pass mal auf. Immer auch. Wenn Parzival der Sheriff war oder Vlesk, dann sind beide einfach gestorben. Aber, das kann natürlich auch sein, dass Baso plus noch jemand gerade einen Double Kill gemacht haben, ne? Ne, Vlesk hat mir vorher schon erzählt, dass er Parzival sucht und ich bin auch da mitgelaufen, weil er den erschießen wollte, glaub ich. Um ihn zu töten. Und dadurch, dass beide jetzt gestorben sind, Vlesk war der Sheriff und Parzival war es dann anscheinend nicht. Vlesk hat mir gerade zugeschaut, wie ich gepupst habe. Das war ein bisschen sus. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich glaube, dass Baso hier einen Kill gemacht hat. Nein! Also, warte mal. Vlesk hat mir vorher erzählt, dass er Parzival sucht. Nein, 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 Vlesk hat Parzival nicht gemacht. Also, Vlesk hat Parzival umgebracht oder was? Nein, nein, nein. Einer von den beiden war safe Sheriff. Ja, Franzi und Baso sind's also. Okay. Nein, Vlesk war schön. Nein. Franzi war die ganze Runde bei mir, von Anfang bis zum Ende. Ja, das stimmt. Nee, Franzi. Ich wollte auch. Nein. Franzi ist es nicht. Nein, nein, nein. Fierig. Fert bitte auf zu voten! Ich war's nicht. Wie votet man denn? Du hast schon irgendwas gedrückt. Oh gut, ich hab Divi gevotet übrigens. Ich hatte schon Angst, ja. Ah! Ganz knapp, Baso. Ich bin's nicht! Ich hab auch Baso gevotet. Ich hab Divi gevotet. Ich hab Divi gevotet. Oh, Matteo. Warte. Ja, ich hab das nicht gerafft! Oh mein Gott, ich will nicht sterben. Nee, Simon, bitte! Nein, hör mir zu! Nein, hör mir zu! Du bist kein Sheriff! Nein, bin ich nicht. Ich bin gar nichts. Ich bin, wie heißt das Scheiß? Medium. Hört mir zu! Nee, geh mal weg, Timmit! Komm mal mit, Simon! Geh weg, Timmit! Oder komm mit, aber... Sheriff ist übel schlimm in dem Spiel. Hä, was machst? Sheriff ist übel schlimm in dem Spiel, weil... Was? Sag mal! Simon! Simon! Matteo, willst du Simon aufbringen? Nein! Ich wollte nicht so weit weg sein, Mente. Ich wollte nicht so weit weg sein. Okay. Soll ich jetzt weggucken, oder was? Bup! Mann, ey! Ich hab keinen Bock mehr auf euch! Ich hau ab jetzt! Wo kann man hier lang? So, was ist hier? Wie könnte man... Ah, hier kann man... Da langlaufen. Ist immer gestorben, ey. Ich dachte, das ist ne Task. Ich bin... Das hat so... Nein, aber das hat so... Nein, aber das hat so... Okay, wir müssen aber warten, Basis. Weißt du, ne? Ey, es tut mir leid. Ey, das... Ey, das... Ey, ich... Das sieht genauso aus wie ne Task. Das hört mal ganz kurz zu. Das hört mal ganz kurz zu. Hört mal ganz kurz zu. Hört mal ganz kurz zu. Es sind noch 6 Leute im Spiel. Ja. Und es sind noch beide Imposter drin. Weil der Sheriff hat sich ja scheinbar den Falschen erwischt. Deswegen sind 2 Leute mitgestorben. Oder nicht. Nein, nein. Wenn der die Richtigen erwischt hätte, wäre er nicht mitgestorben. Verstehst du? Nein, 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 nein. Achso, ja, stimmt. Achso, ja, genau. Also, wenn du als Sheriff den Falschen niederschießt, dann sterben beide. Genau. Deswegen ist das falsch gewesen, wenn Basiswalt sagt. Das heißt, wir haben noch 2 Mörderinnen. Wir müssen jetzt eine Person auf jeden Fall rausvoten. Sonst haben wir gleich verloren, wenn da wirklich passiert. Bei Mörder oder Mörderin. Ich weiß es nicht. Also, ich bin in der ersten Runde, wo 3 Kills gefallen sind, bin ich den ganzen mit euch gelaufen. Ich bin es nicht. Ich habe gar keinen Anhaltspunkt. Mantle gibt mir komische Vibes. Aber... Ja. Genau. Ich gebe dir komische Vibes. Ja, dafür wunsch ich jetzt, weil du mich gerade wiederholt hast. Hast du gerade nachgehört, Mantle? Okay, ich kriegst ein Vote. Warum hast du mich gerade gewartet? Er hat mich nicht gewartet. Ich habe Mantle gewartet. Er hat mir nicht gewartet. Aber Theo hat irgendwie fail gewartet. Er hat Divi gewartet oder sowas. Das ist auch wirklich komisch. Du bist auch immer so halb nur Mut und irgendwie... Ja, Mantle, sorry. Das ist mein Vote für dich, weil du bist der Mörder. Ihr vortet mich jetzt nicht gerade echt, oder? Ich war doch die Runde mit Franzi die ganze Zeit zusammen und danach die ganze Runde mit Simon. Da ist ja niemand gestorben, da ist ja niemand gestorben, Mantle. Ja, aber in der Runde, wo jemand gestorben ist, war ich doch mit Franzi die ganze Zeit die Runde. Ja, aber da hat der Blässe aber geschossen wahrscheinlich. Mantle, du bist ein Mörder. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Mörder. Nächstes Mal deinen Namen rückwärts, dann weißt du doch, ob du Mörder bist. Lant-Nem. Lant-Lat-Nem. Wen wohnen wir jetzt? Niemanden? Hä? Oh, alle haben einen wohnen. Hä? Hä? Boah, Leute. Hä, wieso wohnen die denn jetzt? Die Imposter-Gänse-Enten wohnen nicht die ganze Zeit. Ja, Basel war da gepostet. So, ich habe mich jetzt mal gemutet. Ey! Warum voten die mich überhaupt? Ich renne jetzt weg. Ich renne jetzt weg und mache einen Kill. Wie macht man einen Kill mit Space oder was? Mit Leertaste, okay. So. Ich muss hier die Task machen. Hä? Timmit! Hilf! Was? Wie? Hm? Was denn? Was ist passiert? Timmit! Timmit! Hilfe! 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 Ich brauche Hilfe! Hilfe! Ich werde verfolgt. Ich brauche Hilfe! 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 Ja! Hilfe! Oh nein, Zack Victory. Okay, also wie verwirrend, ich habe gerade eben versucht Divi zu killen, aber es ging nicht. Also ich habe Leertaste gedrückt, dann ging meine Map auf. Also kannst du mal ganz kurz erklären, es war so sinnlos, dass ich Medium war, es war so eine scheiß Rolle. Ja, Medium ist komplett Waste, war ich auch. Ja, du kannst ja auch einfach eine normale Gans sein, das bringt ja auch nichts. Hört ihr mich jetzt besser? Ne, ist genau so. Oh, das gibt es doch nicht. Oh ne. Hört ihr mich jetzt? Ja, 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 ja. Ja, endlich, ja. Ja, ja, ja. Ja, endlich, du bist mal mit extra gefixt, da bin ich wieder, ich bin rausgekommen. Das klingt aber immer noch komisch. Ja, das klingt immer noch sehr komisch. Ja, komisch. Aber es ist besser. Einfach Double und Maceo original. Ach stimmt. Was sagst du zu meinem neuen Outfit? Oh, das ist auch schön, ja. Das ist ja auch, Mann. Tanzt für uns, Bartzi. Ja, Bartzi. Ich habe dir braunfrei gemacht. Was hast du? Oh. Ich habe dir braunfrei gemacht. Danke. Okay. Also wir können noch ein paar Runden mit Voice machen, aber wir können später auch normale machen, oder? Nö, ich finde Voice nicht ganz cool sein. Ich finde Voice toll. Ja, aber manchmal ist es so mega laut. Ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt. Ich kann auch Leute einzeln anstellen. Okay, also alle auf null, ja? Alle null? Wo? Okay. Alle auf null, ja. Alle null. Wo macht man das? Let's go, nächste Runde. Escape. Escape Players. Escape und dann Players. Alle ready! Okay, ich mache ready, ich mache ready, ich mache ready. Noch ein, zwei Rollen mehr. Komm da raus. Einfach rein da. Wir lernen das schon. Ich habe jetzt in der zweiten Runde schon ein bisschen mehr gerafft. Wir merken uns übrigens, dass Matteo immer böse ist. Nee. Genau. Meine Stimme hört mal gar nichts. Äh. Okay. Boah. Das heißt, das haben gar nicht alle. Oh, Lara. Nee, nee, Lara, geh weg. Warum denn? Hörst du mich jetzt besser? Ja, aber manchmal bist du saulaut. Warte mal, ich mache dich mal leiser. Nee, dann rede ich jetzt so. Nee, 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 warte, warte, warte. Ich mache dich einfach leiser. Okay, ich bin jetzt gerade sehr glücklich. Da war jemand aus der Kill-Cooldown. Ja, so ist alles. Sorry, der musste sein. Oh, shit. Sorry. Oh Gott, mein Vorloch. What the fuck? So, okay. Ah, warte mal. So, ich bin jetzt gemutet. Also ich bin, weil Wultschuhe, wenn ich Leichen finde, kann ich hier wegsnacken. Wenn ich drei Stück snacke, dann gewinne ich das Game. So habe ich es verstanden, zumindest. Aber ich darf halt selber nicht sterben. Das ist halt das Problem, ne? Oh, fuck. Dinner is ready. Dinner is ready, okay. Dinner is ready. Ja, gut, Leute, das ist keine Task. Leute, das ist keine Task. Das ist mir auch passiert in der letzten Runde. Ja, es tut mir leid, aber das ist nicht gewonnen. Es tut mir leid. Das ist mir auch passiert. Aber Simon hat zu mir gesagt, das Bart ist ein Killer. Hä? Bart ist ein Killer? Bart hat gerade chinesisch. Genau, Bart hat zu mir gesagt, hast du gehört, was ich gesagt habe? Also nur, falls jetzt einer noch nicht gesehen hat. Es gibt so eine Glocke und das ist nicht die Task, sondern das ist der Urgency Button. Wer hat immer? Hm, okay. Niemand hat Divi getötet. Da ist es gut. Wir gucken uns nicht an, was mit Divi passiert. Fuiuiui, ist genug Linux. Bart hat Divi getötet. So, Lesk, was bist du? Hey. Warte, ich mach die Task immer. Da ist keine Task. Ich renne weg. Doch, doch. Ich renne weg. Scheiße, Vleskis Mörder. Eh, Parti, Parti, Parti. Vleskis Mörder. Vleskis Mörder. Oh Scheibe. Nein, bin ich nie. Vleskis Mörder. Vleskis Mörder. Vleskis Mörder. Ich muss weg. Vleskis Mörder. Hier ist keine Tür. Vleskis Mörder, by the way. Vleskis Mörder? Ja. Ne. Franz ist einer der Mörder. Ne, Bart. Bart. Okay, alles klar. Bart. Bart. Ich trau dir nicht. Warum läufst du mit mir rum? Du hast doch wieder irgendwas... Ich bin auch ein Mörder. Ich werde dich jetzt abstechen. Okay, mach mal. Hier, mach mal hier. Oh, Franzi ist hier. Franzi. Ich zeig euch was cooles. Ich zeig euch was cooles. Okay, zeig. Zeig. Ja. Warte. Komm mal mit mir. Komm mit mir. Willst du mich jetzt abstechen irgendwo? Nein, folgt mir. Ich kann euch nicht beide abschließen. Ja, aber Franzi ist ja auch Mörder. Nein, kommt mit mir. Nein. Nein, Franzi. Auf keinen. Nein. Ich bin weg. Nein. Mann, die beiden sind safe Mörder, oder? So. Die folgen mir noch, oder? Die sind immer noch hinter mir. Die sind immer noch hinter mir. Hilfe, Parti. Franzi und Unge sind Mörder. Vlesk vielleicht auch. Okay, Parti, was machst du? Parti? Warum redet er nicht mit mir? Ist der gemutet? Kann man silenzen in der Runde? Kann man in der Runde silenzen? Oh, die sind immer noch hier. Okay, jetzt könnt ihr aber... Da ist die Imposter. Die können ein Double Kill jetzt. Mach mal ein Double Kill jetzt. Tschüss. Oh, jemand ist gestorben. Wo? So. So. Wo ist jemand gestorben? Ja, auch nichts getan. Keine Ahnung, was das macht, ehrlich gesagt. Was dann? Was macht ihr hier? Ist ja auch nicht genug. Komm, wir wenden. Wir erklären uns gerade unsere Rollen. Hm. Erklärt mal eure Rollen. Ich bin immer oben. Warte mal, warum haben die sich nicht erschreckt? Weil die beide keinen Leitsort hatten. Ist das eine geile Rolle? Was ist passiert? Ohne den noch. Ich hab Basis Leiche gefunden. Die liegt unten vor dem Gebäude. Ganz unten. Vlesk ist auch tot. Vlesk muss aber relativ frisch sein. Den haben Simon, Franzi und ich zusammen noch gesehen. Ich hab keine Ahnung. Ich bin die ganze Zeit unterwegs mit Mantel, Franzi und... Wer war noch dabei? Nö, ich bin da drin gelaufen. Äh, Parti macht keine Aufnahmen. Aber Mantel war ganz lang bei uns. Hä? Ich war... Genau. Am Ende bin ich von... Am Ende bin ich weggelaufen von Unge und bin zu Gnu und zu Lara gelaufen. Und die beiden können keinen Kill gemacht haben eigentlich. Ich hab gesagt, sie ist ne Ente. Timmels... What? Äh, ich kann den Kill nicht gemacht haben. Kannst du nicht? Ey, wir haben auch by the way noch... Franzi ist trotzdem ne Ente. Passt auf, ich kann's euch erzählen. Also... Nein, nein, nein. Hab zu mir gesagt, ich soll ihr gebackene Ente machen. Ich so, kein Problem. Ich hab Nudeln, jetzt fehlt mir nur noch gebackene Ente. Und dann sie so, oh, dann lauf ich mal ganz schnell weg. Oh, überführt. Aber sie ist ja eigentlich ne Gans. Sie müsste ja ne Gans sein. Versteht ihr? Ah. Oh, Smart Office. Oh, ein Gansi. Das ist ja ganz schön smart. Ich glaub hier niemanden irgendwas. Bei der Frisur. Man hört mich in dem Screen? Ach du Scheiße. So, Licht ist noch aus. Wo macht man das wieder an? Fixed Light. Wo muss ich denn hinlaufen für Fixed Light? Wo muss ich hinlau... Äh... Hier? Ne. Wo macht man das Licht wieder an? Ich hab grad eh genug gehört. Ah, hier ist der Light-Kasten draußen, glaub ich, oder? Pass wieder an. Warte, ich geh mal ruhig. So, hier ist der Light-Kasten. Wie würde man den fixen? Kann man nur draufklicken, wenn der... Wenn der ausgemacht wurde, oder was? Raphael Teilmann nicht. Ja. Es gibt ne Rolle im Spiel, die kann ich einsperren. Ich wurde eingesperrt. Und ich bin erst wieder frei, wenn ihr meinen Mörder getötet habt. Wirklich. Das stimmt nicht. Hä? Er versteckt sich im Schrank. Was zählst du? Er ist in dem Schrank? Doch, doch. Er ist im Schrank, aber es ist ne Rolle, die sich verstecken kann. Ja, ihr müsst den Mörder töten. Ihr müsst den Mörder töten. Wie soll man den Mörder töten? Wie sollen wir das machen? Ja, es muss ein Sheriff auf den, der mich eingesperrt hat. Ich bin ne Prinzessin, ich bin im Schrank eingesperrt. Wer hat mich eingesperrt? Lass deine Haare einfach aus dem Fenster, ich kletter hoch. Ich konnte den Namen nicht lesen, weil wenn man eingesperrt wird, kriegt man so ne Augenbinde an. Hier hab ich jetzt ne Task. Ah, jetzt kann ich die Task machen. Ah, es muss die Kerze anzünden. Ich hab die Kerze angezündet. Ey, hier, Simon ist im Schrank eingesperrt. Wir kriegen den nicht immer raus. Hilfe! Hilfe! Simon! Hilfe! Oh mein Gott! Oh, das hab ich gesehen, Franzi. Was war das? Ja. Okay. Ich hab beide Mörder gesehen. Ich hab beide Mörder gesehen. Ich hab beide Mörder gesehen. Ja, Franzi und Mäntel haben gerade getötet, bevor wir schrank. Franzi und Mäntel. Was? Ja, scheiße. Scheiße, Matteo, da wurden wir erwischt. Das war Matteo zuerst. Was lappert sie denn? Stopp, stopp, stopp. Wotet nicht mehr an Theo zuerst, weil Matteo könnte auch der Chef sein. Erst Franzi wollten wir. Franzi hat zuerst getötet und daraufhin hat Matteo getötet. Warte mal. Wer ist denn gerade gestorben? Wir wollten erst Franzi. Okay, Franzi, ich bin dabei. Wir wollten Franzi zuerst. Lara belief einfach. Lara belief einfach. Franzi ist eine Mörderin. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin mir tatsächlich nur sicher, dass Matteo getötet hat. Also bei Franzi hab ich sie eben gar nicht gesehen. Na, na, wen soll ich den getötet haben? Wen? Ich hab's gesehen. Franzi hat zuerst getötet und dann hat Mantel getötet. Aber erst Franzi. Nein, nein, nein. Lara, Lara, glaub mir. Aber dann würde Matteo doch jetzt einfach sagen, dass er der Sheriff ist und können es einfach callen. Nein, nein, nein. Ich bin kein... Lara? Du musst wirklich Matteo zuerst voten. Nein, nein, nein. Lara, nein. Lara ist die Zweite. Lara ist die Zweite dann. Was? Nein, nein, habt ihr nicht, oder? Oh, danke. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich bin keine Ente. Was ist das für ein Death Screen? Ich hab da einfach die Leiche gegessen, weil sie da grad lag. Aber wo sieht man das... Wie viel hab ich denn schon gegessen jetzt? Ach nee, das hier ist Essen, oder was? Nee, ist das Essen oder das hier Essen? Scheiße. Lara, kannst du jemanden umbringen? Ich geh in diese Scheiße! Weiß ich nicht. Du musst die Feder nehmen und dann klicken. Nee, aber wie, hä? Und dann? Keine Ahnung. Ah, okay, du bist es nicht, Mendel. Nee. Was hast du gesagt eben? Ich hab gesagt, ich weiß nicht, wie das geht. Aber wund mal, wenn du es nicht bist, dann ist es Parzi. Ah, danke, Parzi. Kannst du noch jemanden, ähm, kurz... Kannst du noch... Ja, kann ich machen. Warte, komm mit. Ich weiß, was jemand ist. Ja, okay. Machen wir einen Deal? Ja, was ist der Deal? Oh, guck, da ist er. Aha. Ja, ich ihn jetzt töte und dann ist gut. Okay. Kein Problem. Simon, pass auf, wer will dich töten? Parzi! Patsa auf! Hey, Matteo! Nice, Parzi! Matteo, Alter, wie hast du das? Matteo ist komplett verloren. Weil ich war diese Ente, die isst! Ja, Matteo, wir sind doch nur noch zu dritt dann. Ja, ist mir schon klar, aber... Deswegen hab ich gesagt, wurde zuerst Franzi. Weil ich wusste, Franzi is safe, aber bei Matteo war ich mir nicht sicher. Ja, ich war nur diese Ente, die... Das war halt ein Mistquick, ja. Nee, Franzi und ich. Du kannst dir Sachen kaufen jetzt. Also, Parzi, mir war schon klar, dass du mich töten willst, aber ich wusste nicht, dass ein Killcool-Downtimer oder so wenig ist. Wie viel ist der Killtimer? Nein, tut sie nicht! Ein Geier! Ach, Geier, genau. Sollen wir die andere Map auch noch spielen? Nein, weil ich muss Leichen essen, Lara, um zu gewinnen. Ach so. Die andere Map finde ich sogar noch cooler. Äh, nochmal was? Und dann hättest du zur Glocke laufen lassen. Nee, nee, ich hätte einfach leider die Leute killen lassen und hätte immer weiter gegessen. Da hättest du nicht drei Leichen, erst hab ich gewonnen. Der ist aber fleischig. Ja. Und breit. Nee, eine eigene Rolle. Da hängen da so die Eichel raus. Entschuldigung, jetzt sind wieder alle leise, wenn ich das sage. Ja, das war schon unangenehm gerade. Du hör mal, was ich mache. Was machst du? Man hört nichts. Ich bin ready. Jupp. Nee, furzen halt rein, ne? Ah. Du machst du das? Ich bin bereit und mental auch bereit. Ja, bin ready, bin ready, bin ready. Sorry. Jetzt hab ich's gecheckt. Da sind Pfeile, die auf die Leichen zeigen. Wenn sie alle bereitdrücken müssen, bin ich den ganz, ganz schnell. Ah, okay. Okay, beim nächsten Mal weiß ich es jetzt. Aber ich hab ja trotzdem zwei geschafft. Ich hab ja trotzdem zwei geschafft. Okay. Jetzt bin ich Medium Goose. Okay, jetzt weiß ich ... You may know the number of ghosts. Okay, 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 okay. Okay, Lara. Ich will nicht immer als Erste sterben. Nee, ich kann auch nicht. Ich kann nicht töten. Versteh diese Federscheiße nicht. Wir können den mal testen, ob ich die auch ... Wann mal. Nee, Franzi. Nee, 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 Franzi. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Nee, Franzi, auf dir hab ich gar keinen Bock drauf. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Hey, Franzi, ist es Franzi? Nein! Nein! Ich wollte mich doch nur entschuldigen. Nee. Wie, entschuldigen? Für was denn? Naja, ich wollte mich halt entschuldigen bei denen. Ja, aber du hast ja da getötet und dann konnte ich essen. Das war ja gut. Oh, hi, ciao. Ja, aber trotzdem. Okay. Willst du dich vielleicht draußen in irgendeiner dunklen Ecke bei mir entschuldigen? Äh ... Nee, ich bin nicht so eine. Okay. Okay. Dann nicht. So. Wie mach ich denn meine Quest? Ah, hier ist wieder Lara. Hast du inzwischen rausgefunden, wie man Quest macht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wusste, er ist Matteo! Was denn? Was zum Teufel? Wie, Matteo war das? Hä? Hört mir zu, hört mir kurz zu. Es war Speckmäntel. Nein, die haben gar nichts gemacht. Es lagen zwei Leichen zusammen. Ja. Und zwar ... Wer hab ich mit Paul Passivel oder Barso? Also auf jeden Fall rot und weiß lagen zusammen. Der Barso ist sofort. Bibi ist gerade weggelaufen und die hat noch gelebt und ist auch tot. Und in der Nähe waren Blesk und Gnu. Blesk und Gnu waren in der Nähe. Gnu hat mich angepupst und hat mich weggelaufen. Ja, ja, ja. Also ... Ich hab meine Kochbuchphase gemacht. Kann es denn sein, dass wir die beiden ... Ich hab Beweise. Warte, bevor ihr votet ... Lara und Gnu haben mich schon gevotet. Warte doch mal, bevor ihr votet. Matteo ist mit Passivel weggelaufen und kam ohne Passivel wieder. Nee, also ... Und dann kam Timmit kichernd angerannt. Also erst mal, das stimmt nicht. Also Matteo ist es auf jeden Fall. Nein, also ... Franz ... Es stimmt nicht. Franzi ist mit mir rumgelaufen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ihr habt uns doch falsch. Du wollte mich in den Druck lecken. Es ist ... Ich glaub, die Leute voten auch so schnell, wenn man gar nicht gewöhnt ist, dass man sofort votet, wenn man irgendwo draufdrückt. Okay, ich skippe jetzt und dann ... Ich werde jetzt sterben. Du bist der Einzige. Ich kann einen verfahren lassen, ey. Oh Mann ey, aber ey, ich bin's wirklich nicht. Aber ich bin jetzt tot, weil ihr mir nicht glaubt. Ist die Runde vorbei, Matteo? Nein, weil ich bin's nicht. Oh mein Gott. Ich hab nix gemacht. Oh Mann ey. Na gut. Läuft ja bei dir. Wie bei mir ... Was? Oh. 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 Muss ich eigentlich noch Tars machen? Ich bin eine Geist Angel. Ganz. Was ist das hier? Oh. Oh. Boah. Das ist ja geil. So, die beiden sind zusammen, oder? Es sind Gnu und Timmit. Ja, es sind Gnu und Timmit. So wie die rumlaufen sind es beide. Es sind beide irgendwie. Ah. Nein. Naja, fast. Aha, bist gestorben. Timmit hast verdient. Du dreckig. Ja. Timmit. Du, ich hab jemanden. Oh, dann läuft er vorbei und macht mich einfach ... Ja, was ein Timing einfach. Scheiße. Was ein Timing. Ah, jetzt raff ich's mit Franzi. Sie zündet Leute an. Deswegen hat sie die ganze Zeit an mir drangeklebt. Ah. Ah, das ist ja krass. Sie ist auch hier. Arsines. Ja, ja, Arsines. Sie ist Pigeon. Und jetzt bringt Unge gleich Vlesk um. Nee. Doch. Neben Franzi, oder? Doch, doch. Er holt sich Alibi jetzt. Aber ich glaub, Franzi ist gleich durch, oder? Wurde ich sagen. Kann sein, ja. Drei Leute oder so. Warum läuft sie immer noch Simon hinterher? Ja, aber das dauert voll lange bei Simon. Da braucht sie ihn noch, ne? Oh, jetzt ja. Oh, und GG. Sie hat gewonnen, oder? Jetzt geht's. Ja, Mann. Oh, GG, ey. Oh, mein Gott. Pigeon. Ja. Jawohl. Aber wie lange muss die Taube an jemanden stehen? Wie lange muss die Taube an jemanden stehen? Äh, das geht echt gut. Was ist das? Also du niest eigentlich nur. Okay, das ist zu stark. Also die Taube ist aber dann echt... Strong, ja. Das ist krank, ja. Okay. Oh, cool. Kann man die Taube nicht vorstellen, dass sie länger braucht, oder so? Weil eine Sekunde ist ein bisschen krass, dann muss ich ihn einmal berühren. Äh, wisst ihr übrigens, wer nicht Imposter war letzte Runde? Also ich... Ja, ich weiß. Wir einfach alle sehen raus, als Sheriff es tut. Ja. Ob's hier Hörner gibt? Hörner gibt's? Ich wurde in eine dunkle Ecke gelockt. Wo? Oh, ja stimmt. Die wie immer tot. Ich glaub ich nicht, dass ich das nicht vorstellen kann, nö. Ist so unlaufen worden. Keine Hörner. Ich muss sagen, die Taube... Also... Ich find, die Taube ist ein bisschen stark. Also... Ja, ist schon. Wir hatten noch nie einen Taubenwind. Das war jetzt der erste, glaub ich, ne? Ja. Ja, weil ich einfach krass bin. Mach's doch, Lara. Das ist einfach krass. Ja. Alles klar. Achso, jetzt wollen wir noch die andere Map zu spielen oder nur die? Alle bereit? Bereit? Ja, ich... Wir kennen die Map ja noch nicht mal richtig. Ja, ja. Lass erstmal eine Map vielleicht lernen. Okay, let's go. Lernen? Hä? Nee, Lara hat doch nicht erwartet. Party fehlt nur, ja. Ja, nee, nee. Ich warte auf Lara. Ich warte auf Lara. Party! Ja, aber Lara. Ich warte auf Lara. Ja. Drück, drück, drück. Ey, warte doch mal. Los, Leute, die YouTube-Community ist nicht so geduldig. Los! Die YouTube-Community ist nicht so geduldig. Das schreiben wir. Kann mal Barty hinne machen? Mach mal schneller, Mann, immer die Barty! Boah, dieser Bart, der nervt aber heute wieder, ja. Mach gleich, ich fordere euch gleich alle zum Boxen aus. Oh, das sieht auch gut aus. Und dann trainiere ich zwei Jahre. So, jetzt bin ich ready. Oh, jetzt bin ich aus dem Super-Ringer mit Lara. Lara ist da, Lara, oder? Ja. So, ich dich leicht aggressiv trinken. Oh, nee, so nicht Lara. Der wird reingepinnt. Oh, ey. Oh, Schatz. Es geht wieder. Äh. Aha. So, okay. Oh, hier, ich muss hier runter. Oh, die Sommernacht. Leichter Regen. Leichter Regen. Leichter Regen. Draußen leichte Rieselnägen. Ne, Rieselnägen. Rieselägen. So rum. Ah, okay. Das Feuerknütze oder im Kamin. Okay. Das Feuerknütze oder im Kamin. Ja. Und weißt du was? Ich muss mir, warte, ich setz mich jetzt hier hin. Ich kann mich noch genau dran erinnern. Nee, nee, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Hilfe! Lesk und Parti sind Mörder. Nein! Partis Mörder, okay. Franzi auch. Nein! Äh. Franzi, komm mal mit kurz. Franzi, komm mal mit. Ja. Komm mal mit. Okay, ja. Komm mal hier hinter diesen Stein. Nein, immer hier unten. Oh, nee, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Äh. Ja? Franzi, ich muss weg. Ich hab keine Zeit mehr. Ich hab keine Zeit mehr. Ah, Hilfe! Parti und Matteo laufen zusammen rum. Vielleicht hat Matteo Parti weggemacht. Nee, nein, nein. Geht da nicht gucken. Geht da nicht gucken. Komm mal zurück. Komm mal in die Richtung. Komm mal in die Richtung. Ja, 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 genau. Wo ist denn Parti hingelaufen? Der ist hier rechts oben zum Angeln. Zum Angeln. Hier. Hier. Hier war Parti zuletzt. Wehe, Parti war alles tot. Hier ist er. Nein, nein, Parti lebt noch. Nein, doch nicht. Ist eingelaufen. Warte mal. Warum hab ich grad Simon gehört? Wer war meint? Echt den Karkis found. Äh, joa. Also, irgendwie, äh, ja. Er ist gestorben. Aber wer hat da jetzt Wege umgebracht? War das? Also, Basu oder du haben Matteo umgebracht. Nee, ich nicht. Nö, ich hab einfach nur gefurzt. Ich hab im Garten gestanden und hab alles gesehen. Für mich sah es aus, als wäre es Vlesk gewesen. Es könnte aber auch Basu gewesen sein. Was? War es doch nicht mal ansatzweise? Nee, du Labersack. Ich war in dem Garten. Ich hab um die Ecke gestanden. Hä? Ja, ich hab's gesehen. Ah, du bist denn im Laubhaufen warst du wahrscheinlich, oder? Mhm. Genau, Vlesk. Oh, du auch. Let's go. Also, ich glaube, es war Franzi nicht ich und Linda. Nee, es war entweder Vlesk oder Vlesk. Also, wenn ich mich mit Vlesk irre, dann war es auf jeden Fall Basu. Einer von beiden. Also, Simon hat mich getötet. Also, Simon hat mich getötet. Aber wie? Nee, ich kann ja nicht. Nee, das sag ich nicht. Das ist gemein. Was ist denn Vlesk gesagt? Ich hab mich kurz versteckt. Ich bin nämlich der Profi. Let's go. Ich hab mich explodiert. Er war im Laubhaufen. Und er kann daraus killen, oder was? Morphling. Ach, deswegen haben wir die Stimme von Unge gehört, obwohl es Basu war. Oh mein Gott. Das ist ja mit Voice noch krasser dann. Also, einer von den beiden war es. Franzi oder Linda. Ich hab aber nicht genau gedacht. Nein, Basu oder Vlesk. Ich wollte eigentlich mit Matteo hinter den Stein klettern. Matteo hatte dann Angst bekommen, deswegen sind wir ja weggelaufen. Und dann hat einer von euch beiden da reingestochen. Was ist dein Caller eigentlich ernst gemeint? Mal ganz kurz. Vlesk ist ja Detective. Ja, worüber wir in der Bibliothek gesprochen haben. Hier wohnen, das gibt's ja nicht. Ich bin ja... Ich bin nicht ganz. Also, Unge hat sich in Basu verwandelt und hat mich dann getötet. Weil ich Bait bin, hab ich Insta reportet und der Report ging dann aber auf Unge. Eigentlich war das voll smart, aber es hat keiner gecheckt leider. Also, eigentlich war das voll der krasse Bait. Weil er... Ich will einfach nur sagen, dass wir eine dumme Lobby haben. Was wär... Wollen wir hier Tasks und mich die Tasks leeren? Was haben wir hier? Was muss man machen? Matteo! Was muss ich machen hier? Matteo! Ja, was denn? Was mach ich denn hier? Ja, wie geht das? Was... Hier ist eine Feder und ein Buch. Was muss ich da machen? Du musst einfach nur drüber machen. Da ist also ein Fingerabdruck, den musst du frei schaufeln. Fingerabdruck? Ach da! Du kannst ja hin und her. Logisch, logisch. Warum hör ich dich denn? Wo bist denn du? Ich bin tot. Ja, ich bin auch tot, aber ich seh deinen Geist nicht. Oben rechts im Bart. In Bart. Hat er dir das erlaubt? In Bart oben rechts. Ja, Basu ist gerade hier. Ist ein bisschen weird gerade, aber... Aber benutzt du ein Kondom, wenn du im Bart bist. Was? Was? Hm? Bist du was? 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 Was hat denn das in dein Zusammenhang dagegen? Was hat denn das in dein Zusammenhang dagegen? Halt ich... Moment. Hä? Ich bin mal raus. So, wo ist denn hier... Das ist die nächste Task, die ich hab. Ich hab keine Tasks mehr, oder was? Hat man nur so wenig Tasks? Ne, hier sind noch voll viele. Äh, ja, weiß ich nicht. Ich hör dich überall. Du bist ja wie ein Geist. Ja, wenn Tote reden, überall, ja. Ach so, okay. Wer hat denn... Ja? Ja? Ich bin doch, ich bin oder was? Die Oma und... Aus, äh, die Schöne und das Biest. Ach so. Ach so, okay. Ähm, ich hab Lara gerade gefunden. Ähm, im East Wing unten. Also das ist ganz unten rechts. Okay. Und davor war ich mit Bart. Der hat über seinen Opa geredet, der Frauenkleider trägt. Und... Oh, Wleskis auch. Was? Ob man das jetzt... Oh, dann ist Baso böse. Ja, dann will ich doch gar nicht mehr reporten. Darf ich mal kurz erklären, was ich jetzt so gesehen hab? Also entweder wurde Wleskis jetzt von dem Sheriff weggemacht. Dann soll der Sheriff sich jetzt erkenntlich zeigen. Ansonsten kann es nur Baso gewesen sein, weil es war für mich entweder Wleskis oder Baso der Mörder. Aha. Also ich bin es immer noch nicht. Ich würde ja auch nicht reporten, wenn ich ein Mörder wäre. Wäre ja komplett dumm auf einer neuen Map, wo sich keiner auskürtet. Ja, vielleicht... Ah, man kann auch einen Pfeil sich anzeigen lassen. Den wolltest du ja gar nicht reporten. Und den... Weil du den Report hast, war ein Bank. Bart war auch da. Aber nachdem du weggelaufen bist, Bart lag auf... Es ist noch ein bisschen verwirrend für mich, aber es ist geil irgendwie. Also macht... Macht schon Spaß. Aber ich muss erst mal lernen, wie das funktioniert. Ich glaube... Ich glaube, Baso hat vorhin auch von Matteo getötet. Nee. Und wollte hier an der Stelle auch gar nicht reporten, aber musst du reporten, weil Lara der Bait war. Ja, oder? Es kam jemand zu. Wie heißt der Bait nochmal? Kanadien Goose. Kanadien Goose. Weiß Matteo mittlerweile, dass Imposter die Sabotagen freischalten müssen? Nein. Wie geht das denn? Sie müssen Tasks machen, oder was? Sie müssen Tasks machen, oder was? Sieben Gänsen. Naja, egal. Bei sieben Potos, ja. Ist besser. Er ist so nett. Es haben nur zwei geskippt und ich war einer davon. Das ist doch hundert... Okay, dann versuche ich mal meine Tasks schnell zu machen. Ich kann bei Duties einfach klicken und dann sieht man, wo die sind. Ah, nee. Hä? Was? Da habe ich einen Pfeil. Da kann ich jetzt... Oh, ich bin ja gemutet, der hört mich nicht. So, dann haben wir die Tasks hier. Wir müssen hier putzen, oder was? Was muss ich hier machen? Na gut, ich will jetzt nicht sagen, das war mir klar. Aber das war mir schon klar. Klicken. Wollt ihr klar? So, dann Nächste. Aber meine Rolle war auf jeden Fall sehr nützlich. So, dann machen wir hier unten die Tasks. Warte, sie schießt. Hier, Kissen. So, dann. Äh, ist es fertig? Letzte. Letzte Task. Letzte Task. Alles gut. Du bist vorbei, oder? Oh. Was muss ich machen? Der ist Bucke im Schilf. Die Ente ist tot. Nein. Die Ente ist tot. Let's go. Let's go. Oh Mann, ey. Hallo. Matthias, du bist ja doch böse. Hey. Ja, Entschuldigung. Einfach bin ich so verwirrt, ne? Let's go. Ich war gar nicht versteckt. Ich war gar nicht versteckt. Ich war der Mörder-Blast. Ja, natürlich hab ich's nicht gecheckt. Aber am Ende schon. Als ich gemerkt habe, dass Matteo auch Bait war und so. Jo. Aber... Das war halt das... Einfach Matteo getötet. Und ich sag noch so, hä, warum kommt ein Baso und warum höre ich die Stimme von Simon? Und dann tötet Simon mich. Ja. Und dann reportet Simon instant. Und ich so, hä? Flask mich. Und dann sag ich auch noch... Ich hab Flask gegessen. Ich hab das... Ich hab das gesehen. Ich hab das alles gesehen. Ja. Oh Mann, ey. Aber sag mal, Simon... Ich dachte, du warst diese... Versteck dich. Simon? Ja? Unge, wär's nicht klüger gewesen, wenn du mich am Leben gelassen hättest, weil ich theoretisch die Leichen für dich verschwinden lasse? Ja, aber hättest du die Leichen gegessen, hättest du gewonnen bei drei. Genau. Bei drei Leichen hast du das Spiel gewonnen. Okay. Ich wollte dich auch nicht töten, Lara. Ich musste dich töten. Ich musste dich töten. Leiche essen. Aber Lara, mach jetzt Doppel-Werwolf. Was denn? Warte. Ja! Warum bist du zweimal in der Lobby? Ich bin zweimal in der Lobby? Wie? Ach, Tim mit schon wieder. Ach, Tim mit schon wieder. Ach, so. So, Matteo. Yes, no. Woher wusstest du das? Ist das wirklich mit der Tars-Trud? Ja, das ist bei der Tars, wenn du die Fingerabdrücke sammelst und darauf achtest, zu wem die zuzuordnen sind, dann findest du ein Buchstaben aus dem Namen raus. Oh, Junge. Okay, dann hätt ich ja wirklich einfach auf die, wie schießen können. Oh Mann. Ja, hätte. Das wär super simpel gewesen. Na ja. Schlag ist Playbart. Ich kenn das Spiel halt noch nicht so gut. Ich bin nicht so gut in solchen Spielen generell. Reddy! 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 So. Äh, was? Hä? Okay. Hä? Hä? Okay. Kann man kurz hier hinzuziehen? Hinten zu einem Steinpaar ziehen? Mhm. Guck mal hier so dahinter. Dann kann man nicht hinter den Stein gehen. Nee. Schade. Ich geh! Ich will raus! Ich will auch raus! Lass uns raus! Lass uns raus! Ich will raus! Ich will raus! So, okay. Wollen wir mal ein bisschen schütteln? Das sieht doch, als wäre jetzt die tot wäre. Oh! Das wäre lustig, oder? Ja! Was haben wir hier? Oh! Geil! Puzzle! Warte mal! So. 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 Oh! Hochbegabt! So, was haben wir noch für Tasks? Fischen muss ich jetzt. Alles so. Was ist mit Fischenbart? Alles so verwirrend. Ja, es ist mega verwirrend. Marmeladeschuppen. Warte, ich muss fischen. Haben wir Marmeladeschuppen schon gesehen? Nee. Ich muss fischen. Wo ist man denn? Das ist Marmeladenmonster drin. Manchmal guckt das raus. Oh nein. Sei vorsichtig, ne? Nicht füttern. Das ist sehr wichtig. Bin vorsichtig, okay. Ich muss warten, bis es anbeißt. Oder dann noch... Oh! Geil! So. Dann haben wir im Studio noch eine Tasks. Die kommen schnell ins Studio rein. Außenrum. Hallo. Ähm. Sechs Buchstaben. Ähm. Matteo? Was? Matteo? Sechs Buchstaben meintest du doch, oder? Ja. Ich dachte, wir machen mal so ein Ratespiel mit. Ah! Oh. Matteo, wo bist du? Bin weg. Hilfe. Ich hab Angst. Bup. Ich tu dir nix, wenn du nix tust, okay? Ich mach hier grad ne Quest. Okay. Aber wie geht ihr denn? Hab's geschafft. Ähm. Komm mal. So schnell. Ja. Ich bin halt saugut. Mhm. Weißt du, was man bei der Quest machen muss überhaupt? Ja. Du musst gucken, dass die Noten richtig aussehen. Ja. Ich hatte in der Schule immer gute Noten, deswegen weiß ich, wie das aussieht. Ach so, ja. Ja. Willst du mir eigentlich den Stein noch mal zeigen, oder ist das jetzt vorbei so? Wenn ich Mörder bin, dann zeig ich dir den Stein, ja. Was? Okay. Was machen wir mit der Feder an dem Messer? Hast du Timmit gesehen? Äh, Timmit? Ne, der ist tot. Den hab ich umgebracht vorne beim Angeln. Ui. Hansi, bist du Mörder? Nein. Hast du ne Rolle, die trotzdem gefährlich ist? Oh mein Gott. Ich piss mir die Hose, ey. Nein, nein, nein. Jetzt geht's hier aber los. Mäntel? Was ist denn hier los? Hm? Was war das immer? Ja. Hast du nicht gerade gesagt, du hast Timmit umgebracht? Ja, hab ich doch. Wo ist der? Ist der tot, oder? Warum ist denn der dann wirklich tot? Ja, das ist ein Zufall. Ne, also... Ich glaube, hier ist ein Killer zwischen Unge und Matteo tatsächlich. Zwischen Unge und Matteo? Ne, Unge auf keinen Fall. Matteo war sogar auf keinen Fall. Ja, dann können wir Matteo... Was? Hä? Also Franzi... Franzi war die ganze Runde an einer Stelle. Franzi war die ganze Zeit bei mir. Also erstmal war Timmit die ganze... Also Timmit's Leiche war unten rechts übrigens. Franzi, erklär mir erstmal ganz kurz, warum du sagst zwischen Unge und Matteo. Weil ich war die ganze Zeit... Ne, man kann... Also Bart hat mir das letzte Runde gut erklärt. Und man kann tatsächlich so Buchstaben von den Leuten rausfinden, die hier die bösen Enden sind. Ja, was für ein Buchstaben hast du rausgefunden? Matteo hat nichts gemacht. Ich hab ein E herausgefunden. Oh, wie? Ist das nicht einfach nur das Alphabet, das es abgeht? Ja. Ne, 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 ne. Das sind Buchstaben mit Fingern. Da muss es ja Mantel sein. Na, ihr könntet ihr bitte aufhören, mich direkt zu voten? Ich war die gesamte Runde bei Franzi. Ja, Matteo war es nicht. Ey, wenn ihr mich jetzt votet, ne? Skipp mal bitte. Wenn ihr Matteo votet, dann... Ich skippe. Matteo hat doch gerade gesagt, dass er Timmit umgewacht hat. Danke. Matteo hat doch gerade gesagt, dass er Timmit umgewacht hat. Ja genau, das sagt man auch als Mörder, dass man Tim gekillt hat. Ja, natürlich. Oh ja! Ich bin ja tot! Junge! Die haben mich ja wirklich ge... Ey, sag mal, wollen die mich verarschen? Ey, das ist ja übel. Was ist denn da los? Die sind leider ein bisschen stupid. Sag mal, sind die komplett lost? Ja, Patsi hat irgendwas mit dem Buchstaben erzählt, aber das ist halt Quatsch. Ihr war auch selbst? Der Killer hat ne I im Namen. Achso. Kein Killer hat ne I im Namen. Okay. Ey, Timmit? So, Mann. Ich denke mir jetzt auch irgendeine Scheiße aus nächstes Mal. Timmit. Das ist keine Taskos hier im Backen. Ach du meine Güte. Matteo... Also Matteo hat wirklich nichts gemacht letzte Runde, ne? Okay, warte, warte, warte. Ich hab ne Frage. Ich hab ne Frage. Was bedeutet dieses, wenn ich Detective bin? Und dann kommt da das rote Symbol. Dann hat die Person getötet, oder? Ja. In der Runde. Genau. Und? In der Runde? Ja, also in der Runde, wo du... Du kannst es einmal machen. Ja, 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 ja. Und Baso hat scheinbar jemanden weggeräumt. Aha. Das ist für Unsinn. Ich war doch gerade gar nicht bei dir, Patsival. Let's go. Ich glaub das war's. Ich glaub das war's. Ich glaub das war's. Oh, okay. Baso war gar nicht bei mir. Aha. Was ist das denn? Ich hab Legit gar nicht mit der Assassin. Ich weiß nicht mal wie das mit... Ich hab nichts gemacht. Nein, nein. Ich hätt's nicht mal gecheckt, wenn ihr nichts gesagt hätt. Ich glaub es sind Franzi und Mendel. Hä? Baso. 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 Also so falsch einfach nur. Ja, keine Ahnung. Ich habe Bart gesagt, ich habe Bart vertraut. Aber ich habe dir das doch vorhin schon erzählt. Ich habe einen komplett anderen Buchstaben und deiner Info nach, es wäre überhaupt nicht gegangen. Ich hätte ein B, das hat die Task, das war Troll, da hatte ich beide einfach getrollt. Wer ist denn der zweite überhaupt neben Baso gewesen? Also das ist eine Frechheit, oder? Das ist eine Frechheit. Ich bin tot. Ich bin auch tot und ich war sowas von unschuldig. Ich fahre auf deiner Seite, Matteo. Ja, toll. Nächster Tag verbünden wir uns einfach. Ja, habe ich gehört, war sehr gut. Aber es hat nicht geholfen. Mann, wie scheiß angequist. Mir glaubt keiner, weil ich nicht lügen kann halt. Ja, aber gerade deswegen müssten wir ja glauben. Doch, du musst warten. Warte, ich komme, ich komme, warte. Ich habe alle Tasks, by the way, schon. Scheiße. Ich tue immer drauf, wenn der Bopper einmal unten geht. Ja, genau. Der Schwimmer. Warte. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Wurm. Tim, Timit? Alles okay? Ja, wir lassen die Arme. Oh nein. Okay. Oh, Franzi ist tot, Gnu. Weißt du, was es heißt? Ja. Das bedeutet, wir hatten uns geirrt. Verdammt. Franzi sagte, sie hat technische Fähigkeiten. Irgendwann, das heißt, das kann da passieren. Ja, sie könnte wahrscheinlich engineer gewesen sein. Pass auf, jetzt folgendes. Franzi, hast du gevotet? Sorry. Nee, ich habe auch so den Skip gedrückt. Ich bin das nicht gewöhnt, dass man, wenn man einmal draufklickt, dann... Okay, also pass auf. Gnu kann ich zu 100% für alle Kills rausnehmen. Ja. Ja. Oh nein, Unge! Oh mein Gott, ihr habt den von meinen Augen erschaffen! Wie raffst ihr das denn? Ihr, Böder, wer wartest? Was, 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 was? Ich warte, ich würde an die Unge erschießen. Wir hatten Fuchs im Boden, die haben laufen. Ah. Lara, du bist so nass, so gemeint. Nein. Doch, Lara, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich, du Lott. Oh, Lara, die Schlinge. Ich habe es geklaut. Oh Gott, ich habe euch jetzt wahrscheinlich gegenseitig gewartet, oder? Nein, ich habe niemand gewartet. Ich habe jetzt Lara gewartet. Ich glaube, ich habe ausgesinnt geskippt. Oh Gott. Also entweder habe ich ausgesinnt geskippt, oder ich habe irgendwo... Wen verdächtigt ihr denn? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, ihr beiden verdächtigt euch gegenseitig. Ja. Ich glaube auch, es ist du. Ich glaube nicht, dass ich es bin. Ich glaube nicht, dass ich es bin. Aber wenn ihr mir sagt, wer der Impostor ist, dann kann ich dieses Problem ganz schnell lösen, Leute. Warte, warte, warte. Gnu, warte. Wer hat denn außer dir gesehen, was ungefähr eine Rolle hat? Okay, ich glaube, jetzt wird. Ich? Ich glaube, zwei. Äh. Lara hat gewonnen, oder? Lara hat gewonnen. Ja, GG, Lara. GG. Oh, Mann, ey. Ich war Sheriff. Lara war Jester. Der Böse war, äh, hier. Bart. Bart, ja. Einfach mal ungeweckgeknallt. Ich hab ausgesinnt. Wer hat denn jetzt geschossen? Oh, eine schöne Runde. War eine schöne Runde. Ich habe nicht geschossen. Eine Runde von den B-Boys. Ich war Sheriff. Ich war Sheriff. Musst du eine Rolle dafür wissen, oder kannst du einfach irgendjemanden töten? Äh, nee, nee, du musst die Rolle gegessen. Nee, nee, ich war nicht böse. Wer hat denn geschossen? Bart hat geschossen, ja. Bart hat geschossen, ja. Ich hab auch gesagt, dass ich das nicht war, aber mir hat natürlich wieder keiner geglaubt. Ich hab nicht geglaubt. Auch ein bisschen kacke, dass ich die Person, die dich beschuldigt, erschossen habe. Ja, passiert. Weil dadurch dachten die Leute, er hat recht. Könnt ihr mir was kaufen? Ich hab noch nicht genug Münzen. Warte, ich bin pleite. Wir müssen auf jeden Fall noch spielen, bis ich 500 Münzen habe, bitte. Ja, easy. Bauer doch. Ready, 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 ready. Drückt alle bereit, drückt alle bereit. Nee, nee, ready, ready, ready. So ein schlechtes, äh, so ein schlechtes, äh, so ein schlechtes, äh, also, dass man alle bereit ist, ist nicht furchtbar. Okay, let's go. So, okay. Ähm. So, das muss ich jetzt jetzt mal checken. So, ich bin alleine hier. Ich lese nochmal ganz kurz. Musstack? Musstack? Kann ich aber auch in so Lüftungsschächte rein oder sowas? Any Quackers? You got any Quackers? So, ich truste nur Franzi. So, dann machen wir erst mal ein paar Tasks. Oh, Lesko mal. Ein Hinweis, ein Hinweis. Ein Hinweis, ja. Ja, den muss ich einreichen jetzt. Äh, wir müssen Feuer ausmachen. Oh, jetzt grün. Nein, 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 ich war mit irgendjemandem, Lara war von mir. Nein, Lara war von mir. Warte, ich hab Fingerabdrücke gemacht. Ja, genau, genau, genau. Und da war auch, wer ist da gerade weggelaufen? Ja, es sind zwei bei mir dazugekommen, dann ist Feuer angegangen, ich bin zum Feuer. Also, ich hab so eine Rolle mit so einem Buch und da steht drin, dass der Killer mit einem Y irgendwo im Namen ist. Hilft das irgendwie? Nein, 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 hört mir kurz zu. Also, erst mal, beide haben gelogen. Mäntel und Warte haben beide gelogen, weil ich bin der Detective, ich hab das, ich kann die Fingerabdrücke. Ah, okay, gut. Ich hab auch eine Rolle mit einem Buch und in meinem Buch steht, dass der Killer, der echte Name vom Killer, reimt sich auf Schmicklers Schmeigen. Ja, es ist Bart. Es ist auf jeden Fall Bart. Ist Bart? Nein, nein. Simon, sag mal, warum, warum ist Bart? Ich weiß Fingerabdruck-Kacke machen. Warum ist Bart so? Jeder kann diese Kack-Fingerabdruck-Scheiße machen. Bart hat den Bait gekillt, weil Bart hat gar nicht die Porte, er ist weggelaufen. Ah, let's go. Ach, Barty. Nur ein Imposter wurde prallett. Komm. Er ist da weggerannt. Warum hört mir den Mann zu? Mano. Nani. Lol. Was? Er hat sich vergisst. Er hat sich vergisst. Er hat sich vergisst. Er ist ein Detective. Er hat auf mich gegart. Ich bin gar nicht Detective. Ah. 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 Oh, yes. Hammer. Oh, das ist ein Applaus. Geil. Das war er selber? Bart hat sich ganz vergisst. Aber vielleicht war Bart was ganz anderes. Das heißt, wir erträgten jetzt eine Leiche oder was? Ja. Ne, der ist schon tot. You can't kill that witch has no luck. Okay, geil hat der funktioniert. Baso? Matteo? Tschüss. Was ist denn das hier? Ein Teppik. Putze! Wo ist Feuer? Es brennt irgendwo. Wie viel muss ich denn hier putzen? Wo ist ein Feuer? Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Lara, du bist Killer 2, ne? Bin nicht Killer. Du bist kein Killer? Nee. Warum stehst du hier an was rum? Weil ich die Task mache. Ah, ja. Was ist das für eine Task? Beschreib mal. Was sieht man da? Seiten. Was für Seiten? Ja, an dieser Gitarre oder Geige oder was weiß ich. Seiten mit E oder mit A? Seiten mit E oder mit A? Hup. Geh weg. Seiten mit E oder mit A? Wo ist sie denn? Wo ist sie? Hallo Baso? Hallo Matteo. Tschüss. Ah, ich muss hier wieder. Ach, schlimm. Das war eine Lieblingsquest. Es gibt keine geilere. So, dann wo ist das nächste? Da oben irgendwo. Ja. So, was machen wir jetzt hier? Ah, wieder hier. Achtung, pass auf. Boom. Bam. Snap. Oh, stark einfach. Boah, wieder hochbegabt. Achtung. Muss ich klicken? Ja, ne? Nice. Zwei Stück noch. Fixed Lights. Wo gehen die an? Draußen, ne? Draußen kann man die irgendwie anmachen. Das ist einfach scheiße. Ich bin falsch gelaufen. Gott, ich habe Angst. Oder die warten am Lichtschalter und töten. Hä? Wo ist denn? Ach, der Lichtschalter ist hier drin. Divi ist gerade hier einfach vorbeigelaufen, hat nichts gemacht. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber ich habe auch gar keine Ahnung, wie man die Lichter anmacht. Jeder. Äh, man klickt einfach alles. Ne, das hat leider nicht geklappt. Muss rot? Oder? Äh, was? Ach! Maaann! Ja, Lara hat alle Leichen. Was mit dir, Lara? Der Simon hat als Sheriff auf mich geschossen. Wir sind beide gestorben. Lara steht daneben und haut sich einfach im Bauch hoch. Oh, nee. Das ist so geil. Lara, hast du dir mitgegessen? Wir haben alles gegessen. Wir haben alles gegessen, was auf dem Teller kam. Morgens gutes Wetter. Ja, Lara hat sie auch gegessen langsam. Ich habe letztens gesagt, entweder du glaubst nur, oder ich erschieße uns beide. Und dann hat er gesagt, ich glaube zu uns. Echt? Lol, okay. Alter Schwede. Ich krieg keine Geld. Ich muss besser spielen. Ich krieg keine Geld. 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 Krieg keine Geld. Krieg keine Geld. Genau. Keine Geld. Ich bin der Wikinger-Graf. Ich bin der Wikinger-Graf. Ready drücken alle. Let's go, weiter. Scheiße. Weiter, weiter, weiter. Leute, Wikinger-Graf. Ähm. Okay. Ich raff das hier schon wieder nicht. Ah! Oh Gott, ich habe gerade Lara's Skin genug gesehen. Mein Gott. Ne, ich renne weg, Lara. Dein Skin ist ja mega scary. Nee. Guck mal, mein Viech. Guck mal, warte, guck mal. Warte. Das havert ja. Das verwandelt sich. Warte, warte. In was? Und dann? Also erstmal ist es normal. Och, ja, ja. Ja! Ekelhaft. Oh, ich muss ein Rechen hier machen. Guck's doch nicht. So. Mhm. Bazo. Bazo, Bazo. Wo ist die Quest, wo man den Teppich... Ach, ich steh drauf. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Bazo, 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 Bazo. Aha. Schmackhaft. Aha. Oh, was hat keiner gehört? So. Wo kann ich... Wo ist die Angel? Hier. Okay, ich muss die Bilder putzen, hallo. Ich weiß nur was, Tim, und ich weiß nur was. Pase, was machst du hier? Ah, du warst gerade im Schrank, ich renne weg. Zeig mal, wie du nicht im Schrank warst. Ah, krass, du warst echt nicht im Schrank. Perfekt. Der schwarze hat die Glocke, Bart ist es. So schlecht, Bart. Was? So schlecht. Oh mein Gott, ich erkläre euch kurz. Also Bart ist ein Morpher. Es gibt ja keine Fans im Spiel. Das heißt, Bart ist als Timit an uns vorbeigelaufen, aber Timit stand bei uns. Das heißt, wir mussten sofort, es müssen Morpher Timit sein. Dann renne ich dem Morpher so mit die ganze Zeit her, aber Bart wusste nicht, wie kommt die aus dieser Situation raus? Hat er die Glocke geklingelt? Wirklich? Ja, ja, wirklich. Lol. Ey, aber auf der anderen Map gibt's by the way, Benz, ne? Darf ich mich nicht verteidigen, wenigstens? Nein. Nein, nein, nein. Aber warum hat er dann nicht einfach gekillt? Bart, ich hab noch nicht gewohnt. Ich würde eine Story ankommen. Er hat gekillt. Wen hat er gekillt? Er war noch auf Cooldown, okay. Die Story ist, ich bin einfach zu langsam auf meinen Watschelbeinchen und konnte Unge nicht entkommen, aber ich dachte, ich klaue ich wenigstens noch das Meeting. Schmickler schmeigen? Schmickler schmeigen mal wieder. Die alte Legende. Ich fand das so witzig. Ich hab versucht, dich zu lachen zu bringen, damit ich deine Stimme höre. Aber du hast dich geliefert. Das war cool. Ah, Franzi. Oh mein Gott. Wie lachst du denn? Oh, hallo, hallo. Weg, weg. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Du bist leider tot. Ihr braucht nicht sagen, lass mich in Ruhe sein. Wir möchten ein bisschen alleine sein. So. Geh rein, Matteo. Geh den Rest der Welt. Wieder hinter den Steinen. Wir laufen jetzt eine große Runde. Hallo. Hä? Hier ist eine Leiche. Hä? Du trollst doch, oder nicht? Was? Sag mir, wie das passiert ist. Sag dir, wie das passiert ist. Sag dir, wie das passiert ist. Ich geh da nicht. So. Okay. Äh, Divi? Divi? Oh. Ja. Nein. Wie geht diese Quest hier? Also muss ich die... Du musst diesen Fingerabdruck auswählen. Ja. Fingerabdruck auswählen. Okay. Erzähl, wir haben dich. Leute. Leute. Ja. Ihr habt eine Rolle, mit der ich sehen kann, wer es ist. Und das ist jemand mit V. Ich weiß nicht, ob noch jemand Angst aus dem letzten V hat. Aber es geht nicht. Oh nein. Ja, ihr habt bestimmt niemand einen V. Hä? Nein. Ich hab kein V. Oh. Schnappt sie euch. Okay. Auch ein V. Ich hab kein V. Das ist kein V, das ist ein F. Ich hab mich verschrieben. Das ist ein ungesundtes A. Das heißt D. Von Wiesen. Oh. Au. Oh, ich dachte, das wäre eine Task. Oh, Blazke ist tot. Oh, Blazke ist tot. Ja. Okay, warte mal kurz. Warte, warte, warte. Das war eben ein Scherz, was ich gesagt habe. Das war eben ein Scherz, was ich gesagt habe. Ja. Okay, pass auf. Ich hab einen Scherz gemacht. Das habt ihr alle mitbekommen. Ich hab gesagt, der Mörder hat einen V im Namen. Das war aber nur gelogen. Weil ich wollte nur gucken, wie er so redet. Der dramatische Sound. Ich kann euch einfach sagen. Timid ist es nicht. Das ist die einzige Info, die ich euch geben kann. Jetzt ist die Frage, ist es Divi oder ist es Mäntel? Also ich hab, ich konnte Timid sozusagen untersuchen und Timid ist es nicht. Divi ist halt, ne? Divi ist halt gerade in den Raum erst gekommen, als Matteo da irgendwas gemacht hat. Ich hab die Quest versucht an... Ich hab mich vor Matteo versteckt hinter der Couch. Ja, das stimmt so nicht ganz, Divi. Ich war an der Quest dran und sie war hinter der Couch und irgendwas gewollt von mir. Und dann hast du gesagt, komm mal mit. Und dann wusste ich nicht, ob ich mitkommen soll. Ah. Hä? Nein. Da ist der Wort raus, Divi. Hast du Divi gewotet oder Mäntel? Divi, ja. Nein, nein, nein. Warte mal. Haben wir noch zwei drinnen? Nee, Bart ist doch raus, oder nicht? Nein, nein, nein. Bart ist raus. Matteo hat mich gefragt, wie die Task geht und ich hab mich hinter der Couch versteckt, weil ich Angst hatte, dass er mich zu sich locken will. Oh nein. Okay, pass auf Divi. Wir können ausgleichen, indem du skippst. Ich skipp mit. Warum skippen? Cooldown ist auf 10 Sekunden oder so. Komm, Divi, skip. Killcoldown ist 10 Sekunden. Ja, du hast eigentlich geskippt. Niemals. Ah. Einen Skip jetzt von Divi. Einen Skip jetzt von ihr. Warte mal, ist es Matteo? Es muss Matteo sein, oder nicht? Nein. Oh mein Gott, ey. Oh nein, es ist Matteo. Scheiße. Es ist Matteo. Es ist Matteo. Es ist Matteo scheiß. Mach Glocke. Was war das jetzt, Matteo? Timmit, schieß! 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 Ja! Ja! Wir haben noch ein Meeting! Wir haben noch ein Meeting, weil Timmit ist der Engineer. Tschüss! Schieß! Geil! Wir hatten eigentlich kein Meeting mehr, Timmit! Ah Gott! Worte schnell, Timmit! Worte schnell, Timmit! Worte schnell! Simon, warte mal bitte ganz kurz. Ja! Bitte, Timmit, mach schnell! Warte mal ganz kurz und du votest. Ähm. Ich hab jetzt Simon gemacht. Es war ja nur, es konnte ja nur Divi und Mantle sein. Und Divi war es für einmal nicht. Aber was ist, wenn es Divi wirklich nicht war und Bart war falsch und Simon ist es? Ich bin einfach nur froh, dass Mantle nicht dieser Typ ist, der raus... Ich bin einfach nur froh, dass Mantle nicht dieser Typ ist, der jemand rausgessen kann. Da bin ich einfach nur froh. Sonst wäre es vorbei gewesen. Oh! Diese Runde! Oh! Ich hab, also es war, es war genau... Noch eine Sekunde, ich hab die Leertaste gespammt und es kam nicht mehr raus. Scheiße. Ich hab den gewonnen. Jo, what's up! Sehr gut, sehr gut, Timmit. Sehr gut, sehr gut, Timmit. Aber der wird sehr gut. Hatten wir wirklich keinen Meeting mehr? Nur ich, oder was? Nur du hattest ein Meeting, ja. Nur du hattest ein Meeting. Jetzt wirklich jetzt? Ja, ja, wir hatten null Meetings, nur du. Ach so. Ich weiß doch nicht, wie man sabotiert. Wie sabotiert man denn? Unten rechts zum Button. Du musst auf die Falle klicken. Du musst auf die Falle klicken. Ah, die Falle. Das war ganz schön knapp. Das war echt knapp. Das war mega knapp. Vor allem, weil ich noch Divi rausgeplayt habe. Ja, Mann. Ich war lieb. Du hast als Impostor Tasks für deine Sabotage. Das heißt, du musst erst die Tasks dafür machen und dann hast du die Sabotage. Ah, nice. Okay, cool. Oh mein Gott. Das war so knapp. Jetzt rund, oder wie? Ja. Was? Nee, warum letzte? Nee, nee. Warum letzte Runde? Dachte ich, hab ich gehört. Nee, 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 nee. Es ist 3 Uhr, oder? Es ist 3 Uhr, oder? Es ist 3 Uhr, ja. Es ist 3 Uhr, oder? 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 Wichtig. Ihr müsst auf den Hush stehen. Ja, ja. Teppich, Teppich ist clean. Das ist Bullshit, Bart. Das stimmt nicht. Hä, das war die... Nein, das stimmt doch wirklich nicht. Ich hatte ein E und... Hier ist noch ein Fingerabdruck. Du musst nämlich alle finden. Ja, ja, doch, das stimmt. Du musst dann so rubbeln, bei den Fingerabdrücken, und dann musst du alle finden. Ich hab grad hier ein Kronleuchter angemacht. Aber die sagen dir nichts über den Imposter. Wenn du im richtigen Moment drückst, mit deinem Finger, beim Rubbeln... Ah, Franzi, kannst du noch kurz... Nee, also... Nee. Schade. Nein. Ach, du kommst doch mit? Okay, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Warte, wenn du mich jetzt umbringst, ne? Wenn du mich umbringst? Also, guck mal, ich musste das tun. Warum? Weil, ähm, das war mein Job. Und jetzt bin ich aber... Nett. Okay, ich bin auch nett. Wir könnten den Fall zusammen lösen. Wollen wir das machen? Lassen wir das machen, ja. Okay, dann lassen wir den Fall zusammen lösen. Ja. Oder lass einfach erstmal ganz viel Task machen, damit wir den... Ich hab hier keine, ich hab hier keine. Hast du eine Task hier? Ja. Ich hab hier unten eine, warte. Hier unten in dem dunklen Gang. Kommst du mit in den dunklen Gang hier? Aber mach erstmal du deine Task, ja. Hey, du hast die doch jetzt nicht gemacht, oder? Hansi? Ich sag dir, ich schwöre dir, es war wirklich nur eine schnelle... Ich musste nur das Buch runterziehen. Okay. Es ging ganz schnell. Ja, dann lass mal in den dunklen Gang hier gehen. Kurz. Oh Gott. Oh nein. Ah. Hä? Hä? Was ist denn da passiert gerade? Oh, es sind schon zwei tot? Oh, es sind schon zwei jetzt. Oha. Der letzte muss innerhalb der letzten fünf Sekunden gestorben sein. Ja, Unge ist hier deswegen. Matteo ist schon ein paar Sekunden länger tot. Oh, ich glaub auch... Blazke hatte doch erzählt, er ist... Er kommt nicht von hier, oder? Matteo ist glaub ich... Er war so ne... Ja, ganz von woanders. Hey! Franzi! Ist einfach rumgekippt. Bisschen gebrechlich, okay. Ja, ja. Wartet. Bietet ihr Personenschutz an? Ja. Ich biete Personenschutz an. Ja. 100%? Ja, ich kann das gut. Ja. Okay. Das ist fest getötet. Das ist fest getötet, du? Ja. Ich bin Sheriff. Sehr gut. Sehr gut, Gnu, sehr gut. Was? Wann gäst ich dich jetzt? Glaubt ihr ihr? Für die Personenschutz? Ja, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaube, Gnu, und ich weiß auch, wer die andere Mörderin ist. Oh! Wer hat mich? Wer denn? Wo hat mich? Timmit, also. Nee. Lara. Vielleicht die Divi? Warum? Warum? Gib's zu, Lara. Gib's zu. Warum? Ich hab dich nicht einmal gesehen. Das ist wirklich. Ich stehe, Lara. Ich stehe. Ja, das ist das Problem. Ich stehe, Lara. Ich stehe. Aber warum gehen wir davon aus, dass ich hier bin? Ich stehe, Lara. Ich stehe. Weil du süß bist! Ich stehe. Wo ist denn deine Maske? Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Ich stehe. Unge eigentlich, die Hörner von Gnu. Der Wortschatz einfach nur. Ich stehe. Ich stehe. Das war sehr unglücklich. Ich hab nicht mal gecheckt, wie ich gestorben bin. Wie bist du gestorben, Vlesk? Gnu hat auf mich geschossen. Geschossen? Ich bin mit Franzi rumgelaufen. Dann tötet mich Divi und Franzi sagt aber nichts dazu. Obwohl die nicht zusammen spielen. Ich raff's gar nicht. Gute Frage. Scheiße. Hier ist so ein Rhythmus-Klavierspiel. Ich kann sowas nicht. Ach, das schaffst du. Ich will im Takt bleiben. Jetzt hab ich mir mal erzählt, dass du richtig guter Tänzer bist. Das stimmt. Dass ich das aber niemandem sagen darf. Oh, scheiße. Aber du bist tot. Ich hörte ja keiner. Ja. Hab's geschafft. Ja, aber so klassischer Tanz, ne? Also so ein bisschen... Wie so ein Klub? Nee, Foxtrot und halt so klassische Tänze. So Tango und Lambada kann ich halt gut. Hast du das gelernt, ja? Ja, aber Tanzschule. Für sieben Jahre, glaub ich, oder so. Oh, krass. Hä, warum für sieben Jahre? Ja, weil danach war's nicht mehr cool. Das war die Kanadien. Das war Kanadien. Dank halt. Oh, Vivi. Meint ihr im letzten Jahr das geglaubt? Ist so von mir weggerannt. Vivi. Vivi. Vivi ist richtig weggerannt, ne? 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 Habt ihr schon mal versucht zu springen und das funktioniert nicht und dann steht auf einmal Mäntel dort? Was? Vivi meint. Okay, gut. Aber ich wusste nicht, wie schnell Enten rennen können. Sie ist ja keine Ente. Sie ist eine faule. Ganz. Ey, nur böse Leute können sich verstecken, ne? Was ist Weichenstört beim Essen? Nein, 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 nein. Das wäre mich jetzt nicht abgeworfen worden. Nein, 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 nein. Basel hat mich Angst, dass ich mich verstecken konnte. Die Mann wir sind übrigens die Gänse, ne? Aber ich bin nett, Basel. Oh Gott. Aber ich bin eine Ente, Basel. Du kennst mich nicht. Macht's gut. Oh, scheiße. Das war Schemi durch. Äh, war's denn? Vivi ist mir vorbei jetzt? Ne, war's Mist? Was lässt? Oh, ja. Elf. GG. Oh, ja. Nice. Easiest round in Mali. Ja. Franzi, kannst du mir erklären, was da los war? Ja, Franzi, erklär mal. Vivi hat dich getötet halt. Ja, und du hast aber nichts gemacht? Ich war sehr überrascht. Ja, weil ich war sehr überrascht, dass Vivi dich getötet hat. Ach so. Ja. Und ich war sprachlos. Okay, okay. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich hab's immer mal probiert. Sehr gut gemacht. Wenn Vivi Leute tötet, dann kann ich das einfach mal probieren. Das geht nicht. Ah, okay. Vivi und Vlesk. Ich? Vlesk. Oh, das wär so süßes Leinentuch. Ich dachte, es war Baso, weil Vivi sich als Baso getarnt hat. Und ich war so, nein, Baso, ich hab doch gequatscht. Ja, Baso, ich bin durch den hergerannt. Und dann bin ich in den Schrank gesprungen. Warum konntest du dich im Schrank verstecken, obwohl du eine gute Rolle warst? Das ist eine gute Rolle. Eine gute Rolle ist das. Die Snoop Duck. Genau, Snoop Duck. Boah, geil. Ich bin Morphling. Was kann man als Morphling machen? Kann man sich in andere Leute verwandeln? Ja, man kann sich in andere Leute verwandeln, ja. Bist du Morphling? Nee, nee. Ich wollte nur wissen, was ein Morphling kann. Aber das weißt du doch. Du spielst auch ganz viele Mungas. Ja. Hallo Leute. Ich komme aus Kanada. Ich glaube, das lässt, dass er aus Kanada kommt. Mein Name ist Francis. Hi Francis. Mein Lieblings... Fast Food ist Fast Food. Ich gehe sehr auf Donuts und essen Kaffeetrinken bei Tim Hortons. Ich bin George. Ich komme aus Australien. Und ich liebe Standard-Tänze. Also lateinamerikanische. Mhm. Foxtrot, oder? Auch, ja. Ja. Ich bin Francine und ich liebe Döner. Oh, Francine und Francis. Deshalb. Hallo Francine. Hallo. Wir sind ja auch Pink und Leder. Das passt auch gut. Ja, das passt, oder? Ja. Aber ich habe nicht so den coolen Charles tatsächlich. Ja, der ist aus Paris. Tschüss. Ich bin eine... Matthias, komm mal mit. Okay, ich komme mal mit. Okay, ich komme mal mit. Parti, kannst du mitkommen? Ähm... Nein, nein, nein. Parti, geh mal mit. Nein, nein. Parti, komm mal bitte. Tschüss. Timmit, Timmit, Timmit. Ey, Timmit, wenn ich gleich... Wenn ich gleich tot bin, dann war es Franzi. Dann war es Franzi, okay? Nein, 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 nein. Okay. Komm, Timmit, wir gehen. Nein, nein, nein. Geht mal bitte an. Ich muss Matteo was sagen. Okay, sie muss mal was sagen. Ich möchte das alleine machen. Okay. Matteo, ich finde es aber noch ein bisschen traurig, dass du mich gerade getötet hast. Ja, aber... Und... Nein. Ja? Das machst du jetzt nicht. Du tötest mich jetzt nicht. Du tötest mich jetzt nicht. Die anderen wissen das aber. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Hey! 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 Franzi, Franzi... Nein. Ich habe nichts gemacht, was ihr nicht auch hättest gemacht. Hätten... Ich bin gemütet, Mann! Es war Franzi. Es war lustig. Ja, natürlich war es Franzi. Natürlich war es Franzi. Nein! Ich war es dir nicht. Hä? Ich habe aber... Zweimal Unge getötet. Fritzin? Ja. Die waren alle gar nicht dabei. Darf ich noch ganz kurz was sagen? Also, ich habe zweimal Unge gesehen. Wir sollten einfach Unge voten, weil die Wahrscheinlichkeit ist jetzt 50-50, dass er einer von den beiden Unge ist. Nein! Franzi hat mich gemorbt. Das ist mit einlose Unge. Das gibt Sinn, oder? Hä? Franzi hat mich gemorbt und mir der gelaufen. Der hat dann vor unserem Augen getötet. Können wir mal kurz festhalten, dass ich gesehen habe, wie Franzi Mäntel gekehlt hat? Ich verrate es nicht, dass war Unge, der sich in mich gemorbt hat. Ey, du hast aber... Es gab nicht sein Franzis Stimme! Nein! Ich bereue gerade... Franzi, nach der dreisten Lüge bereue ich dich nicht gewotet zu haben. Das ist eine Frechheit. Ich habe nichts gemacht, was ihr mich auch gemacht hättet. Das eine war Franzis, das andere war ich. Das heißt aber, wenn ich jetzt wieder Imposter werde... Nein, das bin ich leider. Ich habe meine ganzen Nase geputzt. Und du hast Klosau gemacht. Zwei Vos? Das ist ja frech. Das habe ich auch. So, verdient. Ach man, warum sind denn auch so viele? Was soll denn das? Frech, hä? Wie kann man denn da reinstechen, wenn da einfach 20 Leute zusehen? Ja, ich hätte ja sagen können, dass die Leute mal mit mir spielen. Ja. Ich hätte dich gedeckt, weißt du ja. Ja, hallo? Die, die hätte mich gedeckt. Ich war schon tot. Ja. Wie geht denn das hier? Aber sie hätte mich gedeckt. Bestimmt. So, dann sind wir jetzt aber quitt, Franzi, ne? Ja, wir sind jetzt quitt. Ne, warte mal, du hast mich... Sind wir auch quitt? Also, Moment mal, wir sind doch nicht quitt, weil einmal hast du mich umgebracht und einmal hast du mich nicht reportet, obwohl du gesehen hast, wie ich getötet wurde. Ja. Echt mal, Franzi. Also. Matteo, du musst das aber verstehen. Das ist halt diese spezielle Bindung, die ich mit Divi habe. Ach so. Das kann ich da nicht reporten. Divi hätte dich auch nicht reportet, wenn ich jetzt vor ihr gekillt hätte. Ach so, okay. Na gut. Dann kann ich, da kann ich nichts machen. Das musst du akzeptieren. Das ist wie Bromance, quasi nur bei Frauen. Fromance, dann. Ja. Cis-Mance. Genau. Verstehe. Aber immerhin habe ich dich über den Stein getötet. Ja, danke. Wie nennen wir den Stein? Also Duisburg ist es ja nicht. Duisburg war ja bei Among Us. Stimmt. Weiß nicht, kannst du dir aussuchen? Wo kommst du her? Na ja, auch aus der Nähe halt, aus Essen. Ja, aber Essen ist doch kein... Essen ist doch... Ist Essen eine Stadt? Ja. Hä, ist Essen nicht ein Bundesland? Ach nee, Hessen ist ein Bundesland. Und ich komme ja aus Hessen, Leute. Kann ich mich hier muten? Ich mute mich mal kurz, okay? Mute dich mal kurz, ja. Na ja, das kann nicht jeder wissen. Ich bin auch nicht aus Deutschland. Ich habe alle meine Tasks fertig. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erzähl, was du gesehen hast, Lara. Erzähl, was du gesehen hast. Warum soll man meine Treue testen? Ich habe zwei Unges gesehen. Ich habe zwei Unges gesehen. Ja, ich wurde gemorbt. Ich wurde gemorbt. Ich weiß es, weil... Ich bin... Nein, wo ist er mich? Was? Ich stand am Tisch links neben Lara und habe Fingerabdrücke überprüft. Okay, warte Scheiße. Ich habe doch unten gewartet. Unge, du warst doch unten. Nur unten. Ja, nur unten immer noch. Die ganze Zeit. Okay, dann ist es blessed. Also, Unge ist es safe nicht. Unge ist es safe nicht. Ey, Leute. Lara, ich stand neben dir links. Ich bin vorbeigelaufen und hab gesagt, Ah, wo ist denn Butterblume? Und hab dann Fingerabdrücke an dem Schreibtisch gemacht. Also, ich habe niemanden gemorbt. Du, das musst Unge glauben. Aber ich glaube, Unge. Weil Unge ist kein Imposter. Das weiß ich. Aber wenn die Unge vorhin geworbt hätten, hätte er jetzt nicht wieder gemorbt werden können. Ja, gut. Dann skipp ich mal in der Hoffnung, dass sie mich jetzt nicht mehr auskickt. Aber Unge, hast du gesehen, wer dich gemorbt hat? Okay. Na, ich denke, es war blessed, weil West stand da auf Fingerabdrücke gescannen, als ich da vorher geraten bin. Aber vielleicht war es der Gnu. Hä? Aber das war doch vor einer Sekunde. Trollst du? Ach so. Ja, dann ist es vielleicht. Was? Könnte blessed sein. Nein. Oh mein Gott. Ich stand gerade jetzt gerade neben euch. Ne, das stimmt nicht. Ich habe mich falsch gemacht beim ersten Mal. Dann wurde es rot. Ich habe die Task weggemacht. Bin wieder hin. Und da hat Lara irgendwas für ein Treue testen gesagt. Hä? Oh, du kippt mich nicht. Du überlebst sogar. Du überlebst. Hey Glück gehabt. What the fuck? Oh mein Gott. Knapp. Er hat ihn ja jetzt gemorbt. Er hat mich gemorbt. Er hat mich gemorbt. Ich weiß nur, dass es Gnu nicht war und ich weiß, dass es Lara nicht war. Du und Lara waren... So. Hey Junge, was war das? Lass mal gucken, wie Gnu das noch versucht zu... Wo ist er denn? Hier. Nein. Nein. Nein, nein. Wie macht man das Klo sauber? Achso. Der Kopf rein. Achso. Ich habe schon. Wie sie... Muss man... Ist das genauso wie bei Among Us? Dass man erst samplen muss und dann morphen kann? Und dann bleibt man nur eine Zeit lang gemorbt? Oder kann man die ganze Zeit morphen? Und ich glaube, es ist wahrscheinlich genauso, oder? So. Und was ist... Wie geht's euch so? Und so? Ja. Alles ist cool, ne? 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 Ich bin extra gemutet. Kein Bock auf... Ich hab nicht gegessen, ja. Trinch Smalltalk. Ich bin so übel. Was? Ich hab Matteo getötet. Hihi. Das war schön. Was machen die beiden jetzt hier? Ich war kurz davor, ihn zu essen und dann wurde reportet. Scheiße. Hättest du ihn mal vorher gegessen? Ja, ich wollte. Mann. Aber hat Franzi... Ne, Lara hat direkt reportet. Das war eine Frechheit. Ja, das ist wirklich frech. Ich hätte den Snack gegönnt. Ehre. Hatte Hunger. Ich hab auch Hunger. Was geht denn jetzt? Was machen die denn? Das ist doch gegenseitig. Hä? Wie, ich denk mal, Parti schießt das gleich, oder? Stimmt, Parti ist Sheriff. Der könnte schießen. So, Gnu läuft jetzt rum. Läuft den beiden entgegen. Läuft jetzt mit denen mit. Boah, es wäre stark, wenn Gnu Parti killt jetzt. Äh? Was machen die denn? Es sind so viele Leute, ich sehe gar nichts. Also Gnu ist hier. Und sie könnte morphen. Aber weil die alle zusammen, zu viel zusammen rumlaufen, macht das glaube ich nicht. Ich habe gerade nicht getan, ne? Nee. Du warst nicht Unge, Gnu. Hä? Du warst gerade nicht Unge. Oh Mann. Das passiert manchmal. So, was war das denn? Es war bestimmt Bart, der war im Schrank. Ich freu mich, Ulay. Achso, warte. Also ich würde skippen. Ich bin auch skippen. Oh mein Gott, Alter. Ja, ich skipp hier auch. Okay, Unge und Gnu hatten wahrscheinlich ein Abkommen und Unge wollte sie nur decken. Nein, nein. Du weißt, dass sie es war. Aber du weißt, dass sie es war. Jetzt habe ich es gesehen. Check den Joke. Eigentlich Lara, habe ich es dir vorhin verraten, aber du hast mir nicht zugehört. Was? Ich kann es nur einmal wiederholen. Okay, ich bin jetzt, ich improvisiere. Was? Oha. Was hast du gesagt? Oha. Achievement. Wo? Wann hast du gesagt, dass du es warst? Oha. Achievement. Als wir am Kamin standen und ich dir ganz tief in die Augen geschaut habe. Und dann hast du gesagt, dass du böse bist. Nice. Ja, da habe ich gesagt, dass ich es war. Jawoll. Nein, dazu nicht. Doch, Papi. Dann hätt ich dich gedeckt. Sollen wir mal die zweite Map spielen? Sollen wir die zweite Map mal spielen? Um dir einfach mal was zu sehen? Ja, gerne. Um dir einfach mal zu sehen, ja. Ja. Wo ändere ich die Map denn? Bei der zweiten Map soll man auch Dinges kriegen können. Jaaaa. Wenden. Genau, Wenden gibt es da glaube ich, ja. 74.000. Ja, aber wo kann ich die Map denn ändern? Ey, wir müssen die Lobby nochmal um, äh, wir müssen raus. Ja, echt? Okay. Ja, warum? Oha, ist das doof. Tschüss. Tschüss. Äh, dann neuer Lobbycode wahrscheinlich, oder? Alright. Äh, okay. Jetzt bin ich im Main Menu. Warte mal. War Matteo wieder beim Homefriseur? Was meint ihr? Was meint ihr? Ich war bei mir selbst. Mein Lobbycode ist da. Ja. Äh, play. Join game. Gar nicht in den Augen. Oh, krass. Hier oben rechts ist die Kabine, Freunde, wenn ihr euch ausziehen wollt. Ja gar nicht in den Augen. Ja, 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 ja. Oh, okay, die ist heftig. Ist das so wie Mira, oder was? Ja, ich spiel... Ein bisschen, ja. Ja, ich spiel wieder als Matteo, oder was? Nee. Weiter geputzt. Leute, ich kann werbung für meine Kondome... Ich kann werbung für meine Kondomfeuer machen. Wo? Ah, Kondome? Wie? Wie? Ja, schau mal hier, wenn ich F drücke. Ach, lol. Hä? Das ist ja krass. Na ja, ich lasse jetzt halt. Das würde am meisten Sinn machen. Entweder ungeschützt oder ungeschützt. Ach, das ist aber auch ein guter Spruch. Chip and Chap. Das ist legit ein guter Spruch. Ungeschützt. Entweder ungeschützt oder ungeschützt. Das... Ja, das... Das gleiche könntest du auch sagen, Bart. Nee, ungeschützt macht einfach keinen Sinn, weil der ist ja geschützt dann. Nee, genau, aber deswegen ist der Spruch ja, entweder ungeschützt oder ungeschützt. Verstehst du? Ah. Also entweder hast du halt mit Unge Sex oder ohne. Wow, Bart. Guck mal, das... Bart, das geht auch woanders, ne? Also entweder... Entweder ungeimpft oder du bist ungeimpft. Genau. Ungeimpft, ja. Ja. Ach, ich bin nicht ready. Entschuldigung. Okay, ready? Mhm. Boah, alle WTF als Spups und dann noch alle Werbung, ne? Das wird super. Ja. Okay. Boah, jetzt erstmal neue Map lernen hier. Ich bin alleine hier. Ich nicht hier. Ja, jemanden. Asu ist hier. Divi ist hier. Typ. Äh, lass mich in Ruhe vielleicht, ich will sterbe. Ah, hier gibt's nur ein Müll-Ding. Wie... Boah, wat? Hä? Matheo? Ja? Erzähl doch mal, was machst du da? Ich hab grad nen Müll rausgesaugt. Ja, okay, ich glaub dir. Rausgesaugt? Ja. Also du musst nen Schalter runterziehen und dann Knopf... Matheo, du siehst so hässlich aus. Hey, das war... Warte mal, du beleidigst ja... Hä? Warum disst du mich jetzt so? Mann, ihr Penner. Ach so, ist Matheo in echt? Ja. Matheo, das sieht so hässlich aus. Du siehst so hässlich aus. Boah, die Map ist auch riesig, ne? Wuuu... 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 Du kriegst Placement, dann kriegst du das Geld überwiesen. Ah ja, okay. Wer kriegt Placement? Rot Drücker, 10 Euro. Wie komm man denn hier unten rein? Du bist hier einmal rum, was wir um die Headke denken, weißt du? Ach so, ich versteh. Ach guck mal, hier ist ein Band. Kannst du da drauf drücken? Ja, warte. Ich spring rein. Nimm mich. Und diese Quest hier. Dann hast du keine Aufgaben, oder was? Nimm mich, kannst du da rein springen? Vertrau uns, wir werden dich nicht verraten. Klar, klar, ich kann hier rein springen. Aber er kann auch eine neutrale, also eine gute Rolle da rein springen? Gibt es sowas wie? Der Engineer gibt es auch noch hier. Nee, aber kann nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir ihn haben. Nee, der Engineer kann aber nicht hier rein springen. Ah, okay. Ich habe einen Pfeil. Ich habe einen Pfeil. So, warte. Falsch gelaufen. Perfekt. Also, dass die Furze ins Game gemacht haben, war eine geile Idee. Oh, hallo. Da brauchst du dabei. 100 Prozent. Repariert da nicht mal jemand Communications? Hallo. Hallo, Egnu. Haben wir doch, oder? Hallo. Guck mal, wir sind alle hier außer Vlesk. Lass mich raten, wer gleich tot ist. Lass mich raten. Soos, Matteo. Du bist sass. Ich? Dann komm mal kurz mit. Komm mal kurz mit, Timmit. Nein, Matteo. Mach mal jetzt keine Lesen. Mach jetzt mal bitte mich. Haha. Du kannst auch vorher fursen, man sieht's halt. Sass. Ja, aber wie willst du hier eine Leiche finden? Sass. Einfach Sass. Wenn hier jemand stirbt, der wird... Das ist eine Aufgabe hier. Das ist eine Aufgabe. Wo? Hier ist ein Puhl. Guck mal hier. Komm mal mit. Da ist ein Übel. Warte mal. Das ist eine Aufgabe. Das ist ein Karten. Habe ich schon. Warte. Ah, hier habe ich... Wie komme ich denn in diesen Raum hier unten rein? So, lass mal. Aha. Was habe ich gesagt? Ich sehe kaum... Warte. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ratet mal wer tot ist? Lesk ist tot. Ja, Lesk. Das reicht doch. Ja, Parsi ist auch gerade irgendwie komischerweise aufgefallen. Ja, Parsi ist gestorben, weil der Sheriff hat auf Parsi geschossen. Ne, das kann nicht sein, dann wäre ja der Sheriff auch tot. Der Sound dabei, als du es gedroppt hast. Weil Parsi war ein Mörder. Ja, das war so geil. Also ich bin Sheriff und Parsi ist gestorben und ich nicht. Weil ich Sheriff bin. Und warum ist Parsi nicht der Sheriff? Weil Parsi doof war. Böse war. Parsi. Und wem warum willst? Weil ich Sheriff bin. Und wenn Parsi gut gewesen wäre, wäre ich jetzt tot. Ich glaube, Simon hat ja... Aber warum ist Lesk tot? Ach, weil Parsi nicht Lesk tot ist. Und deswegen ist Unge auch safe. Also Unge ist ein netter Mensch. Nee, Unge hat dazu angetrieben, hier auf Parsi zu schießen. Unge ist... Ja, deswegen ist Unge für mich gut. Ja, deswegen ist Unge für mich gut. Parsi sati. Also Unge ist... Genau das. Unge ist gut, ich bin gut. Was sagt ihr? Ich bin auch gut. Ich bin auch gut. Dann müsst ihr mich schon flippen jetzt. Okay. Bars ist Event, by the way. Naja, stopp. Bars ist... Bars ist dieser... Bars ist dieser... Ja, Bars ist Enginier. Das Ding ist, den Kill an... Bodo... Den Kill an Bless kann Gnu nicht gemacht haben. Also Gnu ist für mich erstmal auch gut. Also der Kill an Bless war so die Killerin, oder? War so, ja. Wisst ihr, wer auch gut ist? Ich war so. Ich hab gar nichts gemacht. Äh... Ich hab gar nichts gemacht. Also Timmit kann es auch nicht gewesen sein. So ist es nicht. Matheo ist es. Ne. Was wollten wir? Mann, Timmit hör auf. Äh, Barto. Voll aufgeflogen. Ich war ganz und gar nicht. Barto nicht. Barto, wen soll ich für dich brauchen? Nein. Skipp am besten, oder? Ich bin's nicht. Warum würde ich das auf einmal nehmen? Barto ist es nicht. Ich hab auch geskippt. Ich bin's ganz und gar nicht. Vier Skips. Ein Wort, Timmit. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Okay, scheiße. Oh, zum Glück hab ich geskippt und ich war so gewohnt. Immer baden. Immer baden, oder? Oh, ein Chiroc. Ein Schiff. Hi. Hallo, Mäntel. Hi. Hast du Mäntel, hast du das getötet, oder nicht? Ne, der ist, glaub ich, gestorben, als Sabotage gemacht wurde. Und Timmit war die ganze Zeit bei mir. Also der war's auf jeden Fall nicht. Ja, okay. Ich hab zu Franzi gesagt, sie soll auf... Bad schießen. Auf... Parzi schießen. Bei Parzi, der Mörder ist. War einfach so, oder was? Ne, weil Parzi hat versucht, uns wegzulocken voneinander. Ah, okay. Gut. So, wo mach ich jetzt? Was? Was ist denn das hier? Ja, oh. Hä? Wenn der Seite so'n, so'n... Hä? Ich hab mit, ich raff gar nix. Was? War's okay? Ja, weil da war grad eben so'ne Transmission an der Seite. Oh, ich muss ja ne Task machen. Was muss ich machen? Door Automation Calibration Station. Ah, ne, ah. Grün? Grün? Grün. Boah, ich bin halt Pro-Gamer wieder, ne? Bin halt einfach wieder Pro-Gamer. Hallo. Mal, was gibt's hier zu gucken? Hallo. Was machen wir hier? Hallo. Schauen alle Unger an. Ja, aber die Task hat Simon nicht. Kann mich jemand beschützen? Oh, ich war grade Pinkel. In real life Pinkeln, oder was? Ja? Ja, wirklich, ja. Ja, ich pass auf, ich pass auf, ich pass auf. Okay. Ich vertraue euch. Wenig bin ich mehr da. Ja, ja, 100%. Ja, lasst alle weggehen und lasst nur ein Wendel hier. Okay, lasst nur mich hier, lasst nur mich hier. Geht alle weg. Okay, okay. Alles klar. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, no. Ich glaub, ich weiß... Nee. Was hat versehentlich die Dingens getötet? H. Nee, hab ich tatsächlich gar nicht. Ich habe Smash Lunatic, Franzi und Divi, glaub ich, gefunden. Ich hab erst gedacht, ich hab Franzi und Bart gefunden. Aber Divi ist auch so ne dunkle Farbe. Ja, Goose-Time. Das letzte, was Franzi zu mir gesagt hat, war, dass Bart ne böse Rolle ist. Oh? Ja? Nee, ich bin keine böse Rolle. Glaub ich. Nee, glaub ich. Nee, glaub ich. Ich glaub das auch, ja? Ich glaub das auch. Mann, no, ich bin doch nur gewendet. Jetzt hör doch mal auf. Du bist gewendet? Also kannst du wenden? Ja, weil es hier Mechanic Goose gibt, die wenden kann. Nein, das ist falsch. Nee, die heißt Techniken. Die heißt Techniken. Oh shit. Was ist passiert? Bart kennt seine eigene Rolle nicht. Die heißt Techniken Goose. Bart ist vielleicht Toto, oder was? Das heißt Mechanic Goose. Nee, das heißt Techniken, oder? Nein, das heißt Mechanic Goose. Warte, ich guck mal nach. Ach nicht? Aber ich muss mich trotzdem worten. M-E-C-H-A-N-E-C-H-E-C-H-E-C-H-E-C. Er hat recht, er hat recht. Worte dir nicht. Er hat recht. Er hat recht. Mechanic Goose, es steht bei Fragezeichen. Man kann aus Mechanic Goose auch Sonic als Wort bilden. Oh nein. Warte, dann muss es ja dann Baso gewesen sein, oder nicht? Du nimmst ein O von Gus. Ja, Baso. Das N des I des C von Mechanic. Das N des I des C von Mechanic. Ah, Baso, es könnte sein, dass die beiden... Es ist nicht immer derjenige, der reported hat und schon gar nicht immer, wenn ich es bin. Ja. Es war in jeder Runde falsch, als ihr gesagt habt, es war in jeder Runde falsch. Es könnte sein, dass der Sheriff geschossen hat und beide sind gestorben, oder? Ja, das kann auch sein. Die lagen auch nebeneinander, aber... Oh nein, jetzt haben wir... Nein! Danke fürs Aufpassen. Der arme Bart. Ja, kein Ding. Gerne. Armer Bart, der war unschuldig. Er ist Dodo, er ist Dodo. Nein, nein, der war unschuldig, der war Mechanic. Scheiße. Oh mein Gott. Ey, diese Maps aber auch riesig. Oh, hallo. Bart war falsch. Hör dich nicht, Simon. Ist Simon gemutet? Oh nein, der ist gesilenced. Scheiße. Ah, hier. Was muss er denn hier drücken? Ey, was muss ich machen? Aber man muss das... Boah, man muss das komplett nachbauen. Ey, das ist ja ultra komplex. Wie soll das ein normaler Mensch lösen, der nicht hochbegabt ist? Oha. Habe ich gesehen. Lara oder Mantle war es? Wer war es? Lara oder Mantle? Ähm... Wer hat diese Dinger sortiert? Diese Widerstände? Da standen mehrere. Nein, nein, da waren nur zwei. Nur Simon und ich waren da von Anfang an. Und dann kommt Lara dazu und bringt einfach wen um? Nu. Nu. Ne. Also Lara, glaubt ihr das? Ja, oder Mantle hat gekillt und wollte... Ich skippe natürlich hin. Äh, okay, aber... Also, Simon, warum sollte ich... Warum sollte ich aus der Task rausgehen einfach killen? Du hast verknickt, Mantle. Du hast verknickt. Weil Mantle so lost ist. Hey, warte mal, jetzt hör mal auf. Jetzt entspann dich mal. Hallo, Fräulein. Ich skipp noch einmal. Ich hab Mantle gevotet. Nein. Hat er nicht. Es ist Lara. Worte mal bitte, Lara. Ich bin es nicht. Ich bin es wirklich nicht. Sehr gut, wir haben gewonnen. Nein. Also wirklich nicht. Ich krieg alle Votes? Bis auf einen? Das kannst du nicht mehr... Das kannst du nicht ausdenken, oder? Oh nein. Das kannst du dir auch nicht ausdenken, oder nicht? Das kannst du dir nicht ausdenken. Mich hat das absolut abgeholt, gemissklickt, weil Matteo lost ist. Das ist der Call von Lara. Kann man sich nicht ausdenken, oder? Ach, Matteo, ey. Kann man sich nicht ausdenken. Kann man sich nicht ausdenken. Übrigens heißt es nicht Mechanic Goose, es heißt Technischen Goose. Ja, genau. Das ist auch geil. Es gibt halt einfach beides. Simon war sich halt nur sicher, dass es Mechanic nicht gibt. Ah, ne. Weiß er nicht. Mal gucken, wie lange Lara damit davon kommt. Oh shit. Oh no. Schade, Lara. Oh nein. Schade, Lara. Du hast den Bait gekillt. Echt? Schade, Lara. Ja. Schade, Lara. Aber Timmit könnte noch versuchen, es auf ihn zu lenken, ne? Lara, du redest nicht. Ist gemütlich. Ich bin gemütet! Oh mein Gott. Ja, erzähl mal, Lara, erzähl. Nein, ich war es nicht. Ich hab Timmit und Unger auf mich zulaufen sehen und... Hä? Ich war nicht mehr in der Nähe. Ich war nicht mehr in der Nähe. Du glaubst. Was? Ich war grad oben beim Pool. Lara, du kannst mich nicht gesehen haben. Du warst unten links mit Timmit. Nein. Nein, nein. Hä? Timmit, wo warst du gerade? Äh, weiß ich nicht. Ich bin da einfach durchgelaufen. Timmit, hast du mich gerade gesehen? Lara sagt, sie hast uns beide gesehen. Das ist Bullshit. Hä? Lara? Hä? Lara spielt gerade so? Lara spielt gerade so, als wäre sie der Dodo. Aber ich weiß, dass dies sein muss. Also, die Sache ist, die Sache ist Lara. Ich hab euch beide gerade zusammen gesehen. Nein, ich war alleine oben beim Pool. Okay. Keine Ahnung. Dann war es ein Morph oder so. Aber ich war es nicht. Wen wolltest du jetzt, Lara? Keine Ahnung. Unge. Weil er beim Kill dabei war mit Mäntel. Wolltest du? Ja, also, ich muss hier Lara voten. Weil ich weiß, dass Lara... Dann vote mich doch einfach. Was ist das denn? Das ist ein schlechter Versuch vom Dodo. Vote mich doch einfach. Wenn du nicht Lara voten hast, hast du verloren. Auch als Dodo. Du kannst nichts mehr machen. Wie schlecht war das denn, ey? Du musst jetzt für die Kuh spielen. Du musst jetzt für die Kuh spielen. Du musst jetzt für die Kuh spielen. Oh mein Gott, ey. Vote mich doch einfach. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, bist du lost, Timmit. Oh mein Gott. Wie kann man so lost sein? Ich habe eben gesagt, es kann nur Mäntel und Lara sein. Ich habe gedacht, mit dieser Spritze verwandelt man sich so... Ich war morfling. Und ich dachte, man verwandelt sich instant. Und dann habe ich halt sofort gekillt. Und ich war so, hä, warum sehe ich noch so aus wie ich? Und... Und Timmit! Ja? Warum hast du gesagt, du bist nicht mit Unger rumgelaufen? Ich bin mit dir als Unger rumgelaufen! Was? Was? Die ganze Zeit! Du warst es da! Echt jetzt? Deswegen hast du nicht geredet! Oh mein Gott, Timmit! Oh shit! Hast dich wirklich mal morfling spielen lassen, Timmit? Oh mein Gott, Unger, renn wir nicht hinterher die ganze Zeit! Ich so, Unger, geh weg, geh weg! Aber warum hast du eben gesagt, du warst nicht mit ihm unterwegs? Weil er Dodo war. Timmit war auch so richtig unauffälliger Dodo. Ja, ja. Voto einfach mich! Voto doch mich! Voto doch mich! Ah ja, okay, good talk! Warst du wirklich Dodo? Äh, ja. Also, die wirst du mir wirklich nochmal leiden, ne? Mhm, ja, ja. Nara ist jetzt als Ente, als Geier und als Dodo gewonnen, glaub ich, ne? Das ist jetzt die letzte Runde für mich tatsächlich. Ja, okay, alles klar. Also, tötet mich nicht! Okay. Nara bitte auch nicht! Ja, wir können aber gerne die letzte Runde dann daraus machen für alle, oder? Äh, okay. Oba, so, hallo. Matthieu? Hallo. Wird dann gefangen? Wie kommen wir denn hier raus? Ach, hier. Matthieu. Hallo, hallo. Oh, krass, du hörst dich so anders an. Ich bin erkältet, Quack. Ach so, du hörst dich... Ja, deswegen hör ich mich ein bisschen... Ah, okay. Gute Besserung. Sag jetzt gute Besserung, sonst bist du... Hab ich schon gesagt! Okay! Mann, ey! Geh doch nicht in die selbe Richtung! Ja, du bist awkward! Matthieu! Ja, was? Mann! Ach, Mann! Was ist hier los? Was, was, was... Quas ist awkward. Hier unten ist keine Quest. Das ist ja nichts Neues. Ist auch nichts. Was muss... Ja, okay, Matthieu. Ich werde dich jetzt umbringen. Komm her! Bleib mal stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ich bring dich um! Ich bring dich um! Komm her! Komm her! Komm her! Wirklich jetzt? Nein! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Wie wendet man? Hey! Wie wendet man denn? Nicht zu nah! Mach mal der Taste! Geht aber nix! Wendet mal! Bitte leise sein! Ich schlafe! Hä? Oh, ich dachte gerade, Simon hat die Stimme von Baso! What the fuck! Ja, hat er auch wendet! Oh ja! So! Ey, was ist das? Ach! Guck mal hier! Äh, die ist ja krass, die Quest! Hä? Warum geht die aber nicht weiter? Boah, die ist ja geil! Okay, das ist nice! Äh, was? Was ist das? Ich habe mich gerade voll erschreckt! Wo muss man das denn fixen? Ah, wo fixt man das denn? Wo fixt man das? Wo fixt man das? Wo fixt man das? Wo fixt man? Wo fixt man das? Wird nicht! Wie groß diese Map ist einfach... Ich habe viele Beziehungen! Ich raff die Map hier einfach nicht... Ey, unten war ich da schonmal, oder? Ey, wie riesig ist diese Map? Ich muss erst mal ganz kurz... Hallo? Oh, ne, 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 ne. Hast du ne... Was soll denn das jetzt? Hast du ne Quest hier? Ja, ich hab sogar zwei hier. Hier oben ist einer, da muss man die Dinger einstellen, diese Kanten. Oh, sorry. So, wie... Wie wendet man denn? Guck mal, da ist... Ne, hä? Ich check nicht, wie das geht. Also, wie geht das denn? Ne, erst mal müssen wir sagen, Schärf, das ist doch nichts. Ja, bin ich. Und du musst jetzt 100% vertrauen. Okay, dann sag mal. Okay, es ist hier, Franzi. Was?! Oh mein Gott! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin gestorben! Äh... So... Unglücklich. Ach, geil. Jetzt schon ne Menge Leute. Äh... Warte mal, bevor ihr... Ähm... Timmit hat gerade auf Franzi geschossen und die sind beide gestorben. Ah, okay. Okay, okay, okay. Was ist das? Wo muss ich hin? Wo muss man hin? Matteo... Ja, keine Ahnung. Oha! Nur vier Leute! Äh... Ja, aber zwei davon... Zwei davon... Zwei davon haben wir live gesehen. Okay. Ich kann nicht erzählen, wie's passiert ist. Ich kann nicht erzählen, wie's passiert ist. Unge stand da... Und... Passover stand da. Also... Wir können auch schon den... Den Kreis der Mörder sehr stark eingrenzen. Genug. Das war so ein gutes Timing mit dem Sound. Ja, voll. Also, ich kann nicht den... Den Kreis der Mörder sehr stark eingrenzen. Und zwar... Irgendjemand wollte essen. Ähm... Pass auf. Niemand wollte essen. Ich wollte gucken, ob jemand von denen dieser Arsgeil ist. Also... Timit war der Sheriff. Und ich hab zufälligerweise zu Timit gesagt, falls du Sheriff bist und mir so 100% vertraust, dann schieß auf Franzi. Und der hat's wirklich gemacht. Beide sind gestorben. Oh Mann. Es war einfach nur... Kleiner Spaß auf den Rande. Kann ich bestätigen. Nun, ich stand direkt daneben, als's passiert ist. So. Und jetzt pass mal auf. Ich sag euch, Mäntel... Äh... Und Bart und Gnu waren in der Nähe. Und in der Zeit ist aber ein Kill passiert. Das heißt, der... Also ein Mörder ist unter den folgenden drei Personen sicher. Parzival, Lara und Divi. Nee, weil ich die ganze Zeit mit Parzi unterwegs war. Ich kam Parzi. Nee, ich war unten. Ich kam hoch. Und ihr stand... Nee, nee, warte mal. Aber das, was Simon sagt, stimmt ja, weil... Ich bin kurz vor Lara erst rein. Ein Mörder ist unter Parzi, Lara und Divi. Ein Mörder. Nee, nee, nee. Bart kann mich zu 100% rausnehmen. Beziehungsweise ich die noch. Wie schon gesagt, Bart sich zu 100% rausnehmen. Ich kenn auch seine Rolle. Ich kann Ome zu 100% rausnehmen für alles. Und ihr standet da schon. Dann bleiben nur noch Lara und Divi. Nein, nein. Wir sind unten links und kurz vor. Bart, wen hast du jetzt gebootet? Also, ich hab mitbekommen, wie Franzi was mit Parzi oder Bart bei denen gewollte. Eventuell was Dummes gekriegt. Mit Bart, genau. Mit Bart, ja. Ja, oder was waren damit hier von Unge und Parzival und Kehl? Nee, nee, nee. Ich war nicht in der Nähe von den Kehl. Unge hat safe keinen Kehl gemacht. Unge hat safe keinen Kehl gemacht. Nee, nee. Wir standen da zusammen. Wir standen zusammen, als es passiert ist mit Timmit und mit... Auf wen hat er geschossen? Auf Franzi. Nein, nein, auf Franzi hat er geschossen. Mäntel kam aus der Richtung, wo Vilesco und Linda liegen. Was? Oh. Nee, ich war bei Parzi. Ja, die liegen ganz rechts. Du kamst dann da. Was ist das? Das ist doch Quatsch. Das stimmt doch gar nicht. Bart, das stimmt gar nicht. Du kamst von rechts, oder nicht? Also ich kam von unten, wo dieser Double Kill war mit den beiden... Wie heißt sie? Äh... Achso, nee. Nee, ganz rechts. Ich dachte, du wärst von ganz rechts gekommen, weil da lagen Vilesco und Linda. Beide zusammen, oder was? Okay, tschüss. Hm... Geh, Lara. Ja, hast du noch Tasks? Ja, ich hab hier unten... Doch, nee. Hier unten habe ich keine. Aber die Kehl waren hier rechts. Wo denn? In diesem Raum hier unten, oder was? Töte mal... Ja, Töte... Wo denn? Hier oben waren die... Hier oben waren die... Hier so... Hä? Matteo, das Problem ist... Was? Was du nicht weißt... Nara wollte ein Double Kill... Was? Hat er einfach getötet? Hat er sich an mir erschossen? Ja, gar nicht. Nein! Dann werdet ihr beide... Au! Okay. Ist relativ easy. Ich sag nichts. Nee, erst mal Lara, erst mal Lara. Die hat reportet. Lass das mal Lara, genau. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Wir standen zu fünft ineinander und es sind zwei Leute gefallen. Äh... Ja... Und der... Der Sound! Also, äh... Das stimmt. Geil! Aber weißt du, was dann komisch ist? Äh... Dass vorher der Sheriff hat... Der Timmit hat ja geschossen, das habe ich sogar gesehen. Wie haben sich jetzt zwei umgebracht, obwohl der Sheriff raus ist? Ist das noch möglich? Gibt es eine Rolle, die das kann? Ja. Ne, du Double Kill. Nur Double Kill. Ja, wie soll das gehen? Wieso? Aber warum bist du so sicher, dass es vorher ein Sheriff war? Ja, weil ich direkt daneben stand, als Timmit auf Franzi geschossen hat und beide sind genau gleichzeitig umgefallen. Also, ich kann nur sagen, dass genug zu 100% safe ist. Mehr kann ich nicht sagen. Das kann ich auch sagen. Debbie, wo warst du? Äh... Ich war bei dem Teich. Alleine, oder was? Ich war alleine bei dem Teich, ja. Aha. Und was hast du da so gemacht? Oh, ich bin ein bisschen im Kreis geschwommen, ne? Okay. Ja. Ich habe keine auffälligen Sachen gesehen oder so. Nix. Du, wen hast du gewartet? Ja, dann müssen es um und genug gewesen sein. Ich habe Divi gewartet, weil sie ist vorhin so alleine rumgestreucht. Also das Problem ist halt, also wenn es Divi nicht ist, beziehungsweise wenn es Divi ist, wer ist denn dann die zweite Person? Ja. Das Problem ist, laut dem, was Mandel sagt... Ja, oder ist denn Ong und Gnu? Nein, das ist Quatsch. Nein, ich bin Hellseher. Also Gnu ist es auf jeden Fall nicht, das weiß ich, ich bin es auch nicht. Und laut dem, was Mandel sagt, könnte es ja eigentlich, wenn Divi wirklich nicht dabei war, könnte es eigentlich nur Mantel und Lara mit dem Double Key gewesen sein. Und Gnu, dass du jetzt Divi gewartet hast, war irgendwie komisch, aber ich wollte jetzt einfach Divi mit. Hä? Ich wurde jetzt beide einfach Divi? Ja, oder Divi? Dann sind es Ong und Gnu zusammen, glaube ich. Ja, ich sage auch Ong und Gnu. Was? Nein. Nein. Ich konnte nicht mehr voten. Ihr skippts? Hä? Ja, wir haben geskippt. Ich konnte nicht mehr voten. Ich konnte nicht voten. Oder habe ich gewartet? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Dann ist es Mantel und Lara. Nein. Dann hätten wir doch einfach gewartet auf Divi. Ihr beide seid doch die Einzigen, die auf Divi gewartet haben. Hier Lara. Ich bin verwirrt. Wir müssen... Okay, wir lassen mal sie suchen. Ja, okay. So. 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 Warte, ich drück mal hier. Ich habe hier so ein Ding gedrückt. Und dann hin. Wo ist das hier? Hier. Ich habe keine Ahnung. Hier? Mhm. Okay. Oh Gott, wir sind tot. Wir sind tot. Let's go. Scheiße. Ey, das war so... Das war so lost einfach. Ich erzähle euch jetzt. Ich erzähle euch jetzt. Ich erzähle euch jetzt. Ich erzähle euch jetzt. Warum killt ihr einfach von mir? Passivill war dieser, dass man instant reportet wird. Ja. Ja, ja. Also auf. Ich erzähle euch jetzt was. Ich erzähle euch jetzt was. Hört mir einmal ganz kurz zu. Hört mir einmal ganz kurz zu. Ich erzähle euch jetzt was. Also. Ich habe ja gerade gesagt, laut dem was Mantel erzählt hat, könnte es nur ein Double kill gewesen sein von Mantel und Lara. Ja. Aber als Gnu schon auf Divi gevotet hat, war es eh entschieden. War eh vorbei. Weil die beiden Postleiten auslässt. Deswegen musste ich auf Divi voten. Aber es war eigentlich klar, dass es nur Mantel und äh... Ja, aber was... Das war so geil. Weil Divi war halt bei uns. Ja. Und wir haben alle ineinander. War Divi Dodo oder was? Nein. Ich war gar nicht. Ich habe auch gar nicht gedacht, warum ihr gekillt habt. Ich gucke einfach mal, was passiert jetzt. Also ich, ich habe gekillt. So geil. Ich habe gekillt, weil ich Angst hatte, dass Parts hier irgendeine Rolle hat, die auch killen kann oder so. Dann habe ich ihn einfach umgebracht schnell. Ja, ja. Scheiße. Du hast ja gar nicht mich umgebracht. Du hast Bart lieben. Ach, oh, sorry. Ich habe einfach gedrückt. Die Leute haben es halt gesehen und ich war so, okay, ich muss Mantel jetzt irgendwie helfen und einen killen. Und dann war ich so, okay, Divi reportet nicht. Dann muss ich Parzum bekillen. Und irgendwie habe ich dann... Okay. Aber wie lost, dass die beiden Impost dann nicht Divi voten. Das war das Allergeilste. Ja. Weil sie hätte ja Dodo sein können. Sie hätte doch Dodo sein können. Ja, stimmt. Stimmt. Wollen wir aufhören oder eine ganz schnelle Runde noch? Letzte Runde. Ganz schnelle. Also ich wäre tatsächlich raus. Ich muss raus. Okay, dann mach's gut, Gnu. Ich wollte mich aber bedanken, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Danke fürs Mitmachen, Gnu. Eine schnelle Runde zu Leid. Eine schnelle Runde zu Leid. Wir können eine zu Zehnter machen. Ich auch nicht. Mach's gut, Gnu. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschau, tschau, tschau. Tschau, Gnu. Ich geh auch. Tschau, Gnu. Tschau, Gnu. Ich geh auch auf. Läs? Ah, tschau, Lara, tschau, Lara. Tschau, Lara. Tschau, Lara. Tschau, Lara. Tschau, Lara. Tschau, Tschau. Tschau, Tschau. Tschau, 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 Lara. Tschau, Tschau, Lara. Warum... Warum hatte denn... Oh, krass. Mal gucken, wie das hier alles funktioniert. Oh, ich bin alleine. So, eins. Ne, zwei. Drei, vier. Ich bin einfach wieder... Hä? Hä? Watt? Watt? Nein. Wann kann ich skippen? Das ist keine... Nein, wir brauchen den Bart. Wir brauchen den Bart. Nein, nein, ich skippe. Ich skippe, ich skippe. Es war an Versehen. Skippe. Nein, nein, nein. Es ist keine Bart. Es ist kein drittes Mal. Es reicht jetzt. Ich skippe. Ich skippe auch. Ich skippe. Dann bist du der einzige, der das skippt. Warum hast du gedrückt? Warum hast du gedrückt Bart? Weil ich dachte es wäre eine Glocke mit dem Voten Barty ist doch Englisch für Skip oder? Ja Ja So nochmal so gut Franzi ist es raus Franzis Hass Ähm so Ähm Left Shift Medium Hallo Hallo Ich habe eine Frage Bess Warte Bist du eine Gans oder eine Ente? Was ist das Gute? Ganz ja Auch ganz Okay bist du auch ganz lieb? Ich bin mega lieb Okay Mantle wie sieht es bei dir aus? Auch ganz So wie dein Hund wenn er lieb guckt Bin ganz sicher da ich ganz bin Guck mal Guck mal Manchmal ist er lieb Ja manchmal ist er nicht Manchmal ist er gut fies Ich renn weg So Ich will jetzt erstmal testen wie das hier alles funktioniert Ähm Werden mir Vents nicht angezeigt oder so? Da war gerade einer aber ich konnte da nicht wenden wo die waren Ah hier Hä? Hey ich drücke es Warum ging das nicht mit Ah ich hab Ah ich bin dumm Können die mich in den Vents hören? Wahrscheinlich schon ne? Bleib mal gemutet erstmal Aha Lesk Lesk sucht Seht ihr das? Lesk ist Killer Lesk ist also Killer Nummer 1 Ah hier Ah hier Nicht? Echt nicht? Timit 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 Und Divi wartet hier einfach Okay Beobachten mal Divi weiter Also Killer Nummer 1 ist Vlesk Frage ist Wer ist Nummer 2 Können die mich aus so einem Vent rausfischen? Boah das weiß ich auch nicht Boah wie lange bra- What the fuck? Das ist nicht gut Elekt- Hat gehört Irgendwo hier oben Ah Elektrik Vlesk ist zusammen mit Divi gelaufen Sind die beiden die Killer? Da Das sieben Stand mit Vleska light Simon kann es wirklich nicht sein Wir haben uns an Table Hier in dem Cafeteria zusammen herangestellt Und uns unterhalten Also Simon hat Bart Ich sag es ist Bart Ich sag es ist Bart Nein das ist Bart Ich hab nur gequarkt und meine Tasche gemacht Ich bin Vlesk Ich war ja Vlesk kann es ja bestätigen Ich war ja bei Vlesk Die ganze Zeit Es war Bart Er war wirklich die ganze beim Nightfix Und hat dann die Leiche auch mit mir gefunden Wenn es nicht Bart war dann Wir sind ja auch zusammen hingelaufen Wir sind ja auch zusammen hingelaufen Wenn es nicht Bart war dann kannst du Vesk gewesen sein Nein 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 Ich war es nicht Wir sind zusammen hingelaufen Wir hatten beide einen Kill-Button Oder es ist Unge Ach Hör doch auf Habt ihr beide gesehen Bart hat sich versprochen Eben noch immer Tio was denkst du denn? Sag doch mal Ähm Ich glaub auch das Vlesk ist Hä was? Warum habt ihr Unge gekickt? Warum bin ich der Einzige der Bart geworden hat? Hä aber warum denn Unge? Simon du bist nicht ernsthaft Dodo oder? Weil Simon gelogen hat Ha Simon Ja Nein Das war ja wirklich eine schnelle Roma GG verdient Oh nein es war Oh Nein Ja Hä Ja Simon ich hab dir so vertraut Und dann lügst du mich einfach an Ich dachte wirklich Vlesk ist es Damit du mir nicht vertraust Scheiße Na ich wollte dir vertrauen Wirklich Ich hab dir vertraut Die zählt nicht die Runde eigentlich Letzte jetzt Komm Ready Ready Insta ready let's go Ready Oh Dodo ey krass Ach guck mal Ne Oh ne ich hab Schön noch ne Wichtig schön noch ne äh Posterrunde hinterher Ja ich auch Oh Scheiße Ach willst du beide Poster? Ja lass töten Also Wendel pass auf Warte ich kann Ich wende kurz Ja Ich wende kurz auch So Oh Vielleicht hast du gesehen wie wir gewendet sind Scheiße hast du gesehen oder? Lass ihn umbringen Ja Lass ihn umbringen Mach du erstmal Was habt ihr hier gemacht? Hilfe 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 Äh hier oben ist Sabotage oder? Wo ist das? Ne ne hier unten hier lang Oh nein tötest du mich jetzt Parzi Parzi tötet mich jetzt Äh ne so Ne so Pass auf dich auf Hä? Wie geht das Rätsel denn schon wieder? Hä? Du musst dir ja das Spam so lange bis sie grün sind Ich war das ey Nein das ist von Matteo Ist sie grün Ist jemand Ist jemand Ja ich komm Ich verfolge Wlesk jetzt weil der ist der Mörder Ja komm mal mit mir mit Ja Wer von euch hat da gewendet? Sag doch mal Keiner von uns beiden wir haben uns gegenseitig verarscht Warum hast du in der Runde Oh scheiße Oh man Wartet ich muss kurz auf den Bart ist Bart gefunden Äh so in der Mitte bei Communications ist das glaube ich Ich hab grad kurz auf den Compostor geklickt dann sieht man das Oha Bei Security da links oder? Weißt du was eben war? Ähm Eben Jester Nein Jetzt bin ich wieder Jester Ach rechts Rechts ja Da hab ich Bart gefunden gerade Okay Und davor haben wir so als 5 Leute oder so Licht angemacht wieder Aber ich weiß nicht mal wo das ist Parzival ist unschuldig Mantel ist unschuldig Dann muss Wlesk auch unschuldig sein Wlesk ist auch unschuldig Wlesk muss unschuldig sein Weil wir sind zusammen Lina war bei der Impfung und Tis mit mir zusammen rumlaufen Ich hab da nix gesehen Ja danach sind wir zum Licht gegangen Wlesk Dann können wir jetzt Tivot voten tatsächlich Let's go Oh Okay Ich skipp mal Es sind aber glaube ich eher Franzi und Divi oder? Gänse voten Was? Was? Ne keine Ahnung Ich hab mich vertan Gänse voten Er währt sich nicht mehr Weil er ist das richtig Er ist gemutet wegen Impostor Nur 2? 3? Oh schwierig ja Technician glaube ich bin ich Du bist Technician? Buchstabier Technician Ich dachte auf der Mac du bist nur Mechanic Ich dachte es gibt nur Mechanic oder nicht? Du bist einfach Du sollst zu Spanje gehen Wlesk Buchstabier Duden Wlesk Buchstabier Duden Wlesk Ich vertraue dir Ich glaube echt dass du es nicht bist Ich sag jetzt aber etwas Spezialfähigkeit Ich sag jetzt was Ich kann einmal mit der Lupe über jemanden drüber fahren Was macht das? Nicht bei mir drüber fahren bitte Dann sehe ich ob jemand gekillt hat in der Runde oder nicht Ich sag es dir leise Warte 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 bevor ich sterbe Ich sag es dir leise Ich bin Technician Hast du gehört? Und das heißt Timit hat gelogen Guck dann ich check Timit Okay Check Timit Komm mit Gehe lang Power Engine Reset in Ich weiß ich nicht mehr Warte 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 hier lang Wo ist es? Hier Ich drücke Ich mache Wie geht denn das? Powering down habe ich jetzt gemacht Spiele mal Ihr macht das, klar. Wir suchen Timmit, hat den jemand gesehen? Wir haben die Welt gerettet. Ich denke, die ganze Zeit passiert ein Kill wegen dem kleinen Pet hier von Simon. Matthias, komm mal. Oh, hier Backup. Oh, da ist eine Leiche. Lass ihn liegen, lass ihn liegen. Nicht reporten. Warum isst du? Hör, was? Ich hab nur noch zubereitet. Was? Ja, okay, wir müssen trotzdem weitersuchen. Wir müssen Timmit finden. Timmit war das. Wir wissen es aber. Ich bin ready, ja. Noch zwei, ne? Wir müssen schneller finden, als Franz ist. Ja. Das war nicht so gut. Das ist doch nicht so gut. Ja, das ist aber ein Problem, langsam. Wo ist er denn? Aber kann das sein, dass Unge... Was? Ja, Moment mal. Das gibt jetzt aber... Das macht jetzt keinen Sinn. Ich hab Timmit gefunden. Wir wollten ihn doch essen. Hä? Ja, also, ich weiß nicht. Simon oder Franzi, die haben einfach Parzival aufgegessen. Ja, das ist richtig. Aber wir waren lecker. Es war super lecker. Also, Unger hat es wirklich gut gewürzt, ja. Ich hab das Spices drauf geballert. Der hat richtig leckeres drauf geballert. Und ich hab während des einen Timmit gesucht. Aber der ist tot. Du hast so Reis dazu gemacht. Genau, und das ist jetzt ein bisschen komisch. Braten, das Gemüse. Oh, es war so gut. Wirklich. Ist doch wirklich Franzi und Divi, oder? Die gemeinden. Nein. Hä? Franzi ist doch die Esserin, die ist nicht böse. Ich bin am Essen, ja. Ich bin nur am Essen, ja. Ach, du bist neutral? Wie viel hast du denn gemacht? Ich bist ja. Bist du nur einen, ja? Ein nur, ein nur. Alles gut. Keine Sorge. Nur Parzival ist sehr delikat. Also Parzival, du schmeckst wirklich gut. Wir können erstmal Divi rausworten, dann haben wir noch einen Mörder drin. Dann können wir noch ein bisschen Zeit machen. Ja, Parzival. Warum mich rausworten? Wofür? Divi, weil du eine Mörderin bist leider. Ich vertraue Unge, weil er mit mir Leisen sucht. Oh, dann sind Baso und Unge die beiden Killer, oder? Nee, ich bin nur eine Gans und ich weiß von gar nichts. Richtig, Baso ist eine Gans und ich auch. Ich bin medium rare gebraten. Unge bringt mir medium Essen rein. Oh mein Gott, ich werde komplett mariniert gerade und dann gegessen. Ja, lecker. Es schmeckt gut. Und? Oh, oh. Viel zu viele Votes auf Divi, sie ist es nicht. Viel zu viele Votes, das war schon mal richtig. Ich denke. Nee, Divi war es nicht. Das war absolut richtig. Absolut richtig. Absolut richtig. Absolut richtig. Oh, scheiße. Wir sind im Arsch. Wir sind im Arsch. Ist auch so schwer, Leute zu finden auf diesem riesigen Schiff. Wartet mal. So, da oben. Da. Wo geht das an? Irgendwo hier, oder? Nee, das ist Alarm. Hä? Ich raff es nicht. Hi. Hallo. Wo macht man Sabotage aus? Hä? Auf der Map wurde mir was ganz anderes gerade angezeigt. Ach, hier. Ach. So. Ist nicht gefixt, by the way, ne? Jetzt gefixt. Ja. Oh, nur noch ein. Oh. Nee, also nicht so. Sehr gut. Franzi, selbst noch richtig. Äh, nee. Oh mein Gott. So stolzer Franzi. Du hast nicht nur einen gegessen, du hast schon zwei gegessen gehabt, oder? Nein, nein, nein. Jetzt kommen wir zwei noch. Franzi, ich werde nicht so stolz auf dich. Franzi, also be honest. Franzi, be honest. Was war der leckerste Snack? Äh, Sparzenländer. Nee, obwohl Unge muss. Es war Unge. Unge war schon in die Hande noch. Ey. What? Okay, jetzt bin ich enttäuscht. Alles klar. Du bist gleich tot, Franzi. Du bist gleich tot, Franzi. Franzi, ich hab Unge gehofft, dass du mich einfach verlasst. Ich hab auch gerade was gemacht. Ah, ich bekomme angezeigt, wo der Imposter ungefähr ausgelöst hat. Wie ist es? Aha. Aber der Turn-off, der Turn-off-Events war super. Bazo hat mich bei dieser Küche da weggekloppt. Was wollte die denn sagen? Und da habe ich noch Ente bestellt. Hm. War sehr lecker, auf jeden Fall sehr lecker. Ja, aber dann bist du tot gewesen und die Ente wurde kaum. Guck mal, Franzi, pass auf. Ich hab ja gesagt, wenn wir die raus holen, dann haben wir noch eine Postle drin und dann kannst du noch mehr essen. Deswegen war sehr gut. Wir können eine aller, allerletzte Runde machen. Wirklich letzte jetzt. Aller, aller, allerletzte. Komplett letzte dann. Ready, 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 ready. Wirklich letzte jetzt. So, okay. Allerletzte Runde. Aha. Hä? Äh. Hä? Sind wir da hier? So, die kenne ich auch nicht. Ein Apfel kommt in... Ne, ne. Was ist denn das hier? Wie sortiert man denn? Scheiße. Also das ist Restmüll. Restmüll. Ah! Ne, das war falsch. Oh mein Gott, Parzi. Bist du ein Mörder? Oh ne, 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 du bist Mörder. Hilfe! 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 Baso! Quack. Ich würde wieder gerne Ente, Baso. Ente süß-sauer bitte. Oh nein! Ich kann jemand von der Fliechern machen, sonst sehe ich nicht, was ich koche. Äh, ja. Ich mach. Oh nein. Barthi ist tot. Es sind zwei tot? Zwei. Zwei tot. Zwei Leute sind tot. Ich weiß, wer es nicht ist. Ich weiß auch, wer es nicht ist. Du! Achso, ich weiß, wer es auch nicht ist. Divi ist es nicht und... Äh, und Parzi ist es nicht. Divi und Parzi, Entschuldigung. Äh, Baso und Parzi auch nicht. Hä? Dann bleiben nur noch Vlesk und Ente. Bekommt ganz. Matteo! Hallo? Nein! Ich war doch grad in... Nein, nein, nein! Stopp, stopp! Du hast mich durchschaut! Nee, 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 nee. Also der Einzige, der von uns drei, Baso, Matteo und mir getötet haben könnte, wäre tatsächlich ich. Aber ich hab halt nicht gekillt. Ich bin grad auf dem Weg zum Leid. Wir waren zusammen in der Cafeteria. Ich hab gekocht. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Genau. Okay, das stimmt. Das stimmt, was Baso sagt. Skip jetzt mal bitte. Nicht mich wort mal. Ich find's nicht. Warte haben sich doch sicher wieder gegenseitig weggeballert, oder? Nee, dann würden die ja nebeneinander liegen. Du meinst, dass die einen Sheriffkegel gemacht haben? Nee, dann würden die ja direkt nebeneinander liegen. War doch Licht... War doch... War doch Licht aus. Hat doch keiner gesehen. War doch... Der Kegel... Der Kegel ist schon... Ich hab mich selbst gefunden und ich hab nur einen Volt. War ja zwei. Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Ich bin Dodo. Ich bin Sheriff. Okay, let's go. Hä? Bin ich Sheriff. Das Licht sieht ja immer noch aus. Oh mein Gott. Ey, ich kenn die Laufwege hier nicht. Wie kommen wir denn... Oh ja. Hä? Ist wieder an... Da, ihr habt's angemacht, ne? Also, ich hab noch... Krieg meine Ente noch? Ja. Geh weg, geh weg. Geh weg von Vlesk. Oh. Oh. Vlesk? Du hast keinen Mord begangen. Vlesk ist unschuldig. Nein. Er hat keinen Mord begangen. Oha. Okay, okay, okay. Wait, aber dann kannst du nur du sein, der lügt, Simon. Nein. Ich sag die Wahrheit. Dann bist du ja auf jeden Fall ein Imposter. Ich hab ihn überführt. Hab das gehört. Ich arbeite mal hier weiter, weil sonst... So, wie geht denn das hier nochmal? Runter und dann... Geil. Aber man findet so Items, die man dann benutzen kann, oder was? Für Skins. Ist ganz geil gemacht. So, Divi kommt mir einfach entgegen. Hat sie hier ne Leiche hinterlassen? Wie geht das hier ins Stecker? Powering up. Und dann? Hier hab ich's gefixt. Mann ey, das ist voll anstrengend. Hab ich's gefixt schon? Ich versteh das nicht. Warte, hier ist noch was. Hier ist noch was. Nein. Aber das Geräusch ist immer noch, oder? Irgendwie. Ich löse den Fall grad. Achso, die müssen alle auf eins. Ne. Doch, du kannst sie kurbeln, Matteo. Du kannst sie kurbeln. Ja, ich kurbel ja, aber die ich... Jetzt? Okay, warte. Boah, geil. Deine Stimme rausgehört, Matteo. Bei den Enden. Muss das sein? Das war ich, ja. Das war ich. Franzi. Kommst du grad vor einem Mord? Hast du grad gekillt? Matteo ist es. Ich bin Imposter. Matteo ist es. Matteo ist es. Matteo ist es. Mal gucken, ob hier ne Leiche ist. Äh? Ne. Boah. Mich grade erschreckt. Aha. Was hast du für ne Information, Franzi? Ich hab eigentlich auch keine Info. Ich dachte irgendwie, es wären Leute tot, weil die Runde so lang ging. Ah. Aber es ist einfach nichts passiert. Bisschen zass jetzt. Okay, es ist ein bisschen komisch. Es ist nichts passiert. Hört mir kurz zu, liebe Enten und liebe Gänse. Hört mir kurz zu. Ich lege meine, meine, meine Feder und meine Flügel ins Feuer. Dafür, dass Franzi unschuldig ist. Votet Franzi nicht. Es gibt jetzt. Okay. Hä? Was ist das für ne Lüge? Du meinst doch, dass Vlesk nicht ist. Sehe ich genauso. Vlesk ist auch unschuldig. Vlesk ist auch unschuldig. Vlesk und Franzi sind unschuldig. Ja, ich bin zwar Enter, aber ich hab noch niemanden getötet. Ich bin unschuldig. Vlesk? Niemand. Ungarn. Es war so süß. Ah. Deswegen dachte ich so, ja, ich krieg mal lieber. Franzi, ich verteidige dich. Weil du mich gegessen hast. Dankeschön. Basso, ist Essen dein Essen nach dem Meeting fertig? Ja, natürlich, Parzival. Komm einfach an den Tisch. Okay. Aber bitte Tisch decken, ne? Okay. Ja, mach ich. Habt ihr Wohle zusammen, Basso und Parzival? Ne, hab ich keine Lust. Ne, nur Ingame. Okay. Wie ist das jetzt noch? Okay, ich raff gar nichts. So. Wie viel hab ich denn noch? Zwei. Wo sind die? So, okay. Da lang. In der Küche. So durch. Kocht hier gerade hier? Okay. Ich muss hier nur... Aber du musst aufessen. Ja, ja. Wir machen hier so Rollplay. Achso, okay, ja. Mach das wahr? Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Wie komm ich hier weiter? Ich muss mal eine Task... So, hier lang. Äh, äh, äh. Hier. Ich hab hier eine Task. Vorsicht, ich muss putzen. Geil, hab geputzt. Das Leben alle noch. Alles gut. Wo weißt du nur das? Ah. Ich bin... Ich färbe hier. Hab schon gecheckt. Hab schon gecheckt. Noch eine Task. Ich muss nach oben. Oh nein. Ich komm jetzt. Warte, warte. Warte. Divi kommt von oben. Oh, oh, Divi. Aha. Warte mal. Sind wir alle hier? Ne, Divi fehlt. Wir sind alle außer Divi. Ah, Divi. Hey, wir machen Party. Wollen wir darüber reden, wer die Ente ist? Ja. Achtung, hier sticht gleich jemand ins Deckel rein. Nein, nein. Ich versichere dich nicht. Ich versichere dich nicht. Ich verteile dich. Ich verstehe dich. Ich stehe in Ahnen mit 1,5 Meter Abstand. Okay, ja. Wer die Ordnung verlässt, ist es. Ja, aber... Wissen wir jetzt, wer es ist? Ja. Passwort ist der Dodo. Passwort ist der Dodo vielleicht. Äh, ich mach mal ne Quest. Ich geh mal weiter, ne? Das ist das. So, dann gehen wir hier hoch. Oh ne, bin wieder falsch gelaufen. Ey, das ist einfach ein Labyrinth, ne? Aber jetzt sind wir da. Wir müssen jetzt hier sauber machen. Wie geht das? Äh. Igitt. Haar und Spiegelei. Wie geht denn das? Das ist ja eklig. Hab ich alles? Ja, ich hab alle. Man kann doch mit der Maus laufen, stimmt. Haben die vorhin gesagt, aber hab ich nie gemacht. Ist ja krass. Jetzt muss ich erst mal wieder alle finden. Äh. Hä, sind alle tot? Wo sind denn alle? Bin ich der letzte Überlebende auf diesem Schiff? Wo sind denn alle? Och ne. Jetzt wird ein Leiche gefunden. Dann heißt es wieder ja. Wir haben alle gesehen, nur Matteo nicht. Wer war das? So wird's laufen, oder nicht? Ah, Blesk ist hier. Hallo. E-Mann ist gestorben. Okay. Ey. Jawoll, Bazo. Hast mich gerecht. Danke. Es tut mir so leid, Baby. Aber ich hab Timmel aber fast schon so lustig mitgemacht. Ach so. Ich dachte, du bist Jackal und deswegen wollte ich zugehalten. Hä? Das tut mir so leid, aber es tut mir auch nicht leid, weil das war so lustig. Das war doch voll lustig. Ja, okay, gut. Was ist passiert jetzt? Mann, ich so, ja Bazo, soll ich dich töten? Und dann morfe ich mich so in sie. Und sie schießt mich einfach als Sheriff ab. Ach so. Ganz am Anfang direkt. Timmy war ja direkt am Anfang tot, weil er sich gemorpht hat. Wir sind zusammen gespawnt. Und ich so, ja komm, ich töten Sie jetzt. Sehr gut, Bazo. Sehr gut, Bazo. Und ich wollte nur so ein bisschen Angst machen. Weißt du, ich morfe mich noch in sie. Jo, und dann wollte Divi sich einfach mit dem Pfeil spielen. Ich so, sie würde jetzt safe richtig schreien und so. Und sonst haut Divi wieder weg. War auf jeden Fall sehr lustig. Ja. War sehr winzig, ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr cool. Vielen Dank euch allen für die Gemeinde. Einen schönen Abend. Ja, danke euch auch. Super, super. Danke, Matthias, fürs Organisieren. Super klasse. Ja, ja. Danke euch, dass ihr alle da wart. Danke euch. Einen schönen Abend noch. Und bis zum nächsten Mal. Gleichfalls sein. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.